Moin Moin und herzlich willkommen zur 62. Folge Brettspiel News Team. Ich bin, welche Überraschung, immer noch nicht Johannes, ich bin immer noch Peter. Und in dieser Folge haben wir uns doch endlich mal der Spiel des Jahres Verleihung gewidmet, weil so wie alle anderen das gemacht haben, wollen wir das natürlich auch noch machen. Knapp vor der Bekanntgabe der Gewinner reden wir nochmal über die Nominierten. Viel Spaß dabei. So, wir haben es wieder geschafft. Wir haben uns wieder vors Mikro versammelt in etwas größere Runde. Gefühlt ist es schon super lange her, aber eigentlich ist es, glaube ich, noch nicht so lange her. Aber auf jeden Fall haben wir uns alle gegenseitig vermisst. Halli, hallo. Hallo. Hi. Wir haben uns doch vermisst, oder? Oder behaupte ich jetzt hier einfach irgendwelche idyllischen Harmonien zwischen uns, die gar nicht existieren? Vera lacht und denkt sich, da ist der Wunschvater, das ist Gedanke. Nein, das ist natürlich vollkommen recht. Doch, doch, ihr habt mir alles wahnsinnig gefehlt. Ihr seid schon gemeint, dass ihr das mit so viel Ironie sagt, finde ich es ja richtig gemeint. Das hast du rausgehört. Davon träumst du. Dennis fehlt mir auch. Hallo Dennis, der nicht da ist. Dennis hätte das, glaube ich, auch jetzt viel netter und sympathischer rübergebracht. Nicht mit so einem beißenden Zynismus. Nein, ich finde es wirklich schön, dass wir uns endlich mal wieder hören. Schön. Und dementsprechend haben wir uns gedacht, wir widmen uns einem Thema, zu dem schon alle auf YouTube, wahrscheinlich alle in Podcasts, auf Facebook, Twitter und sonst wo schon was gesagt oder geschrieben haben. Und theoretisch wir auch sogar schon mal, als nämlich noch nicht feststand, welche Spiele zum Spiel des Jahres und Kennerspiel des Jahres und Kinderspiel des Jahres 2023 nominiert und empfohlen worden sind. Ist der Satz richtig, ja, ne? Schon. Wir wissen, was du uns sagen willst. Das reicht. Top. Damit können wir diese Folge hier auch eigentlich beenden. Hört einfach in die letzten Episoden nochmal rein. Es war großartig, euch wiedergesehen zu haben. Bis bald. Tschüss. Wir haben auch wahrscheinlich nicht mehr Expertise als im Vergleich zur letzten Folge und wahrscheinlich auch nicht bedeutend viel mehr Expertise als alle anderen Leute auf YouTube, Facebook und anderen Podcasts. Oder? Nee, aber der Unterschied ist eben, dass es unsere Expertise ist. Okay, okay. Genau, wir haben uns gedacht, wir sprechen nochmal über die nominierten Spiele, sprechen, was hat uns daran gefallen, was hat uns vielleicht nicht daran gefallen. Wir können ja vielleicht über so ein bisschen, weiß ich nicht, wir können über die Fallstricke der nominierten Spiele reden, weil das ja bestimmt alles von den nominierten Spielen tolle Spiele sind. Aber vielleicht gibt es ja einige Probleme, selbst bei den Spielen, die wir gut finden, die wir sehen, die vielleicht unserer Meinung nach gegen eine Würdigung mit dem Titelspiel des Jahres oder Kennerspiel des Jahres sprechen. Vielleicht haben wir ja auch so valide Argumente dabei, dass wenn Mitglieder der Spiele des Jahres, die wir das vor der Abstimmung hören, wir noch Einfluss haben. Wie wäre das mit Wunschvater des Gedankens und so? Genau. Oh ja. Nee, ich halte das schon für durchaus einen begründeten Einwand von Johannes. Könnte so passieren. Werden wir halt sehen, wie valide unsere Argumente vielleicht sein werden? Oder eben nicht? Ja. Wann waren unsere Argumente je nicht valide, frage ich dich da. Hört in vergangene Folgen rein. Wir können ja diesmal versuchen, so Gründe wie die Boxgröße ist komisch oder es gab letztes Jahr schon genau das gleiche Spiel anders wegzulassen. Finden wir gut. Das heißt, du hast das Bingo jetzt sozusagen schon erfüllt, weil du hast es zumindest gesagt. Genau. Vielleicht ganz zu Beginn frage ich mal in die Runde. Wir haben wahrscheinlich alle weder Kala Karamell, Gigaman und Mysterious Kids nicht gespielt, oder? Ja, nicht gespielt. Nicht gespielt, richtig. Obwohl sich Kala Karamell schon eigentlich ziemlich cool anhört, aber nein. Schon, finde ich auch. Auch so von der Beschreibung. Ein kooperativer Eissalon für 1 bis 6 Kinder ab 4 Jahren. Kala Karamell. Also ich bin auf jeden Fall dafür. Okay, ich auch. Ja. Das ist die Cousine von Kala Kolumna, ne? Warum schweigt heute jeder, wenn irgendwer was sagt? Ist ganz irritierend, ne? Ich fand am Anfang, da ihr mir nur Zynismus unterstellt habt, traue ich mich, glaube ich, nicht mehr so richtig. Ich bin immer Fan von Kinderspielen, weil die immer so tolle Namen haben und vor allem, und ich habe mir die anderen Spiele nicht so sehr angeguckt, aber bei Kala Karamell hat man tatsächlich so einen 3D-Eisladen, den man aus den Spieleschachteln, glaube ich, zusammensteckt. Und dann baut man sich da irgendwie die Eiswaffeln mit Eiskugeln unterschiedlicher Sorte zusammen und das sieht einfach ziemlich cool aus. Jetzt hast du doch was über die Schachtel gesagt, ne? Ah, damn. Aber nicht über die Schachtelgröße. Also wir fänden es gut, wenn Kala Karamell Kinderspiel des Jahres wird. Voll. Und vielleicht spielen wir es dann ja auch mal. Ich meine, das ist solo spielbar. Also? Ja, ich glaube ja, es wird Mysterium Kids, da hat man irgendwie sehr viel Gutes drüber gehört, auf anderen Kanälen, die vielleicht sowas auch schon mal besprochen haben. Und ich finde die Idee von dem Spiel tatsächlich auch richtig cool, wenn man da diese Trommel hat, oder wie auch immer ich das nenne, Tambourin hat, und da Geräusche zu den Geheimnissen drauf machen muss. Okay. Tja, also ich, ja, also Gigamon kann auf jeden Fall nicht mithalten, im Vergleich zu den anderen beiden. Nee. Obwohl, ist das nicht in so einer coolen, weirden Avocadoschachtel oder sowas? Ist ja kein Kriterium, leider. Ah, schade, 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 schade. Dann, ähm, hilft nur eins, wir widmen uns der nächsten Kategorie. Ich gucke gerade, auf jeden Fall ist Gigamon nicht in der weirden Avocadoschachtel drin, ich weiß nicht, welches Spiel das war. Toll. Ist auf jeden Fall nominiert für den Oscar-Kategorie Schönste Spiele-Schachtel. Wir führen diese Kategorie ein, finde ich gut. Ja. Wollen wir uns dann komplexitätsmäßig hochhangeln oder wollen wir mit dem Preis enden, der am Ausschlaggebenden ist für die Szene, für die Welt, für alles? Ja. Lass uns mal das Spiel des Jahres so nach hinten stellen. Okay. Also fangen wir dann mit dem Kennerspiel des Jahres an. Da waren auf der Empfehlungsliste Mindbug und Council of Shadows, aber die wurden nur empfohlen. Haben wir beide, haben wir das, also ich hab weder das eine noch das andere gespielt. Ich hab Mindbug gespielt, das ist ja so ein Kartenspiel, ist ganz nett, also Thorsten findet's super, der, äh, geht da richtig drin auf. Ich find's ganz okay, also es ist halt ganz cool gemacht, dass du dann quasi mit einem Kartendeck gespielst, ähm, und dann ziehst du dir, ich glaub, fünf Karten. Sind's am Anfang, und mit denen spielst du halt dann die Runde. Das ist, ja, ist ganz nett. Oder zehn, ja. Mit denen spielst du das Spiel, das ist eigentlich ganz witzig. Ich find auch, also ich hab Mindbug auch gespielt, ich find das ist auch ein wahnsinnig cleveres Spiel, das hat, ähm, also man hat diesen Magic-Vibe drin, natürlich steht auch Richard Garfield ja mit auf der Schachtel drauf. Ich glaube, es hat, spricht auf jeden Fall jeden an, der so diese klassische TCG-Nummer mag, der eben von Magic kommt oder von anderen Games, und es hat eben genau diesen kleinen Mind-Twist, äh, Wortspiel, ähm, dass man eben diesen Mindbug hat, der einem erlaubt, zweimal einfach eine Karte vom Gegner zu klauen in dem Moment, in dem man sie ausspielt. Und das ist halt dieses Meta-Game, was da drin funktioniert, was einfach total geil ist, dass man denkt, welche Karte möchte ich denn, dass mein Gegner mir die vielleicht abluckst, und dadurch kann ich mein Spiel spielen? Oder wie reagier ich da drauf, wenn er das eben nicht macht oder andere Sachen macht? Das, find ich, ist wirklich die Kunst in dem Spiel. Das Spiel dahinter, also dieser, ne, ich spiel Kreaturen aus, du spielst Kreaturen aus, wir hauen uns auf die Mütze, ist halt total solide und ist ein gutes Fundament, kann man sagen, für dieses Spiel. Und wenn ich das so erzähle, klingt das total geil, aber so viel Spaß macht's mir leider tatsächlich nicht. Ich finde, das hat für mich so ein bisschen, das ist ein ähnliches Problem wie Redlands auch. Ich weiß gar nicht, woran es daran liegt, ob das dieses Deck bauen oder auch dieser Zufall ist, dass ich nicht weiß, was für ein Deck ich hab, wobei das ja eigentlich genau die Kunst ist, damit gut zu spielen. Und ich glaub, ich mag so klassische Deckbilder wie in Star Realms oder jetzt Star Wars The Deckbuilding Game oder sowas irgendwie lieber. Das hat für mich mehr so ein Wohlfühlen und ich bin nicht in so einem Dauerstress. Ich glaube, das ist es, was mich stört, dass ich, dass es so konfrontativ ist, was ich, ich glaube, wenn ich so ein Spiel spielen will, will ich das gar nicht haben. Ich möchte dann so meine Taktik verfolgen, ich möchte da so ein bisschen vielleicht so einen Deckbau gehabt haben und gucken, ah, guck mal, jetzt geht das auf oder nicht oder er fällt in meine Falle. Und dafür ist es mir, glaube ich, einfach zu, ja, Cutsvote, eng, nah und ich bin unter so einer Daueranspannung vielleicht. Also ich kann das nicht so gut, glaube ich, casual spielen. Aber das, was es macht, macht es genau richtig. Was der Jury aber besser gefallen hat, ist ein, ich zitiere, turbulentes Turnierspiel für ein bis acht Personen ab acht Jahren, wobei die Jury das ab zehn Jahren empfiehlt. Das ist von Johannes Krenner und Markus Slavicek bei One More Time Games erschienen und es kann natürlich da nur Challengers sein. Ich habe es nicht gespielt, auch wenn es ja theoretisch solo spielbar ist gegen einen Bot, beziehungsweise der Bot wird dann ja auch eingesetzt, wenn man es zu zweit, zu dritt, zu fünft, zu sechst, siebt, keine Ahnung, in unterschiedlichen Konstellationen nutzt, spielt. Wer hat es von uns gespielt? Ich mehrmals. Ja, also ich finde es super. Also ich mag den, halt diesen Deckbaumechanismus, weil am Anfang hat ja eigentlich jeder das gleiche Deck, also grundsätzlich ist ein Starterdeck gleich und dann ziehst du halt jede Runde, ziehst du Karten und wählst dann aus, welche Karten du nochmal in dein Deck hinzufügen willst, welche du rausschmeißen willst, weil du kannst auch jederzeit halt dein Deck ausdünnen. Ich mag diesen Turniercharakter davon, also dass du halt eigentlich jeder mal gegen jeden auch gespielt hat. Es ist ein Spiel, wo jeder, der mitspielt, auch direkt involviert ist, also da ist halt nicht so einer ist dran, dann wartest du sieben Züge, bis du wieder dran bist, sondern du kannst direkt quasi ja spielen. Du hast verschiedene Strategien, die auch unterschiedlich gut funktionieren. Also wir haben jetzt auch gemerkt, dass sich bestimmte Karten auch dann auskontern. Also das, was gegen den einen halt super gut funktioniert, hat halt gegen den anderen eine richtig große Schwäche. Und was halt da wichtig ist, dass du irgendwann anfängst, deine Grundkarten rauszusortieren. Also das war zumindest bei uns bisher immer ein Erfolgsgeheimnis. Und das kannst du halt so grundsätzlich mit jedem spielen. Ich glaube aber auch, dass je öfter du das Spiel gespielt hast, desto größer wird dein Vorteil gegenüber Leuten, die es halt noch nicht gespielt haben. Aber vom Grundsatz her ist es schnell erklärt und wenn du mit Leuten spielst, die Deckbuilding kennen, die wissen, wie das funktioniert, denen du dann auch nicht jede Karte quasi viermal erklären musst, sozusagen, dann lässt sich das auch gut in großer Runde mit unterschiedlichem, ich sag mal, Spielen-Niveau gut spielen. Genau, ich hab das auch ein paar Mal gespielt, auch immer nur in Vollbesetzung. Ich glaube auch, dass ich auf so einen Bot tatsächlich keinen Bock hätte. Das ist schon wieder so ein guter Wortwitz. Ich hab auch das Gefühl, das fühlt sich vielleicht wie so ein Freilos an, auch wenn es das vielleicht gar nicht ist. Also weil man ja trotzdem gegen den spielt, das macht es vielleicht so ein bisschen unrund, aber egal, man kann es halt spielen. Also es ist schön, dass er dabei ist. Ich finde auch, dass das so ein Spiel ist, das einen so ein bisschen sprachlos zurücklässt, weil ich mich halt frage, warum mag ich das? Warum gefällt mir das? Weißt du, also allerdings ist ja auch, kann man die Frage vielleicht tatsächlich auch an das große Vorbild stellen. Also warum gibt es Autobattler auf dem Handy oder wo auch immer? Was machen die? Die hab ich tatsächlich noch nicht gespielt. Funktioniert aber ja scheinbar auch. Also irgendwas scheint das ja zu triggern, dass man denkt, ich hab das trotzdem gut gespielt und es hat mir Spaß gemacht. Oder vielleicht nehm ich auch einfach nur die Rolle von meinem Deck ein und identifiziere mich damit und sag hier, das war mein Deck, damit hab ich gewettet, das war das Beste. Das macht schon Spaß. Genau, ich weiß nicht, wie lange das Spaß macht. Ich weiß nicht, wie da Erweiterungen reinkommen. Das ist auch spannend vielleicht mal zu sehen, was das mit dem Balancing macht und so. Aber genau, also ich hab auch bisher hauptsächlich positive Erfahrungen gemacht. Also ich hab wenig Leute, die das tatsächlich gespielt haben, danach erlebt die dann das richtig scheiße fanden. Sondern dieser Turniercharakter, dieses Aufstehen, dieses, man ist die ganze involviert, man reicht die Karten über den Tisch hin und her und so, das ist schon irgendwie ein ganz gutes Erlebnis und es dauert ja auch nicht ewig. Also man kann sich da gut drauf einlassen und die meisten wollen es einfach auch nochmal spielen. Ich finde so als Kritik, ich finde die Karten sehen richtig nicht schön aus. Also diese grafische Gestaltung verstehe ich überhaupt nicht, da hätte man doch einfach so geile Sachen draus machen können. Das ist so ein Humor, den ich nicht verstehe, den ich irgendwie auch falsch finde. Ich finde die Kartenqualität ist halt auch wirklich unterirdisch. Ich glaube, da hätte man lieber diese Neoprenmatten weglassen können und dann mehr Geld in die andere Entwicklung stecken können. Keine Ahnung, warum man solche Entscheidungen trifft. Da wird hoffentlich irgendein wirtschaftlicher Gedanke hinterstecken und kein ästhetischer. Also das ist meine Kritik nicht am Spiel an sich, sondern wirklich an dem Drumherum, an dem Material und an der Gestaltung. Also kurz, damit wir das festhalten, Peter wünscht sich eigentlich eher, dass in der Brettspielbranche fiese Kapitalisten arbeiten und nicht irgendwelche verkopften KünstlerInnen, die aber völlig kuriose Entscheidungen treffen. Verstehe ich nicht. Genau andersrum, oder? Ich möchte keine Kapitalisten, die sagen, wir haben kein Geld mehr über für Karten, weil wir haben schon Neoprenmatten gekauft, sondern ich möchte lieber irgendwelche Weirdos, die rein optisch und künstlerisch Entscheidungen treffen. Aber hast du nicht gerade gesagt, dass du hoffst, dass die Neoprenmatte eine wirtschaftliche Entscheidung war und keine künstlerische? Ja, hast du falsch verstanden? Ich meinte, dass vielleicht, weil man sich für die Neoprenmatten schon entschieden hatte, kein Geld mehr dafür war, um die Karten besser zu machen. Ah, okay, okay, okay. Aber du hast recht, das könnte man auch unter dem künstlerischen Aspekt Kunst an Neopren. Vera, hast du das denn in unterschiedlichen Personenanzeigen gespielt und wenn, hat es da trotzdem auch funktioniert? Also ich glaube, wir haben es mit sechs und acht Personen dann gespielt, also eigentlich auch immer in Vollbesetzung und ohne Bot. Es kam tatsächlich auch bei unseren Runden unterschiedlich gut an. Also es gab die Leute, die dann richtig begeistert waren und ach ja, richtig gut. Wir hatten jetzt auch niemanden dabei, der es wirklich schlecht fand, aber es gab dann schon die, also schon Leute, die gesagt haben, ja, okay, ich habe es jetzt mal gespielt, war ganz nett, aber ich brauche es nicht nochmal, weil sich halt das Spiel in dem Sinne ja von selbst spielt. Du hast zwar diese Entscheidung, wie baust du dein Deck zusammen, das ja auch schon eine wichtige Entscheidung ist, aber das eigentliche Spiel ist einfach nur, ich decke Karten auf. Und da kam öfter mal die Kritik, dass das Spiel sich halt von selbst spielt und es dich eigentlich gar nicht braucht. Und ich glaube, das ist aber was, wenn dir halt das Autobattler-Ding halt nicht gefällt, dann gefällt dir das nicht, weil egal, ob du das halt jetzt analog oder digital spielst, die Spiele spielen sich von selber im Endeffekt. Und ich glaube, das liegt dann halt einfach an dem Genre, sage ich mal, was dann halt jemandem nicht zusagt als am Spiel. Ja, wobei man da ja auch sagen kann, also ich glaube, es hat so zwei Probleme. Zum einen eben, dass man denkt, dass das Karten aufdecken das eigentliche Spiel ist und es ist ja viel mehr. Also es ist ja wirklich dieses Deckbauen ist tatsächlich dann ja mehr das Spiel, weil ich da die Entscheidung treffe. Und dieser Vorwurf stimmt ja auch noch nicht mal ganz, weil man ja selbst beim Aufdecken teilweise Entscheidungen treffen kann. Also es gibt ja schon Karten, mit denen man auch im Spiel ein bisschen Einfluss nehmen kann, indem man mal eine Karte nach oben oder unten legt oder irgendwie sowas. Also ein bisschen kann man sein Deck ja sogar in diese Richtung trimmen. Nicht wahnsinnig viel, das stimmt, aber es geht. Ich glaube, das geht dann aber halt eher, wenn du das öfter gespielt hast. Dann weißt du, was für Karten es gibt. Dann kannst du vielleicht auch schon mit Karten, die eigentlich nicht in die Strategie passen, die du fahren willst im Ende, schon mal trotzdem drauf hinbauend, dass du irgendwie dann durchs Early- und Mid-Game rauskommst, aber am Ende halt weißt, die und die Karten kommen noch. Ja. Aber wie gesagt, das waren auch die Leute halt so, die das halt wirklich zum ersten Mal dann gespielt haben. Und das ist halt, wie gesagt, Anspruch. Ich glaube nicht, dass das was ist, was das Spiel falsch macht, sondern einfach, was erwartet man im Zweifel von dem Spiel und ist halt eben das Genre, sagt das einem zu oder nicht? Und will man sich damit mit dem Spiel auch ein bisschen mehr beschäftigen als nur eine Runde spielen? Das wäre tatsächlich ganz spannend, da mal eine Turnierszene zu beobachten, ob sich da dann immer die gleichen SpielerInnen absetzen in den Top Ranks. Und man dann nämlich schon sagen kann, dass man das besser oder schlechter spielen kann. Das glaube ich nämlich schon. Ich glaube, man kann schon das Meta-Game lesen, man kann gucken, gegen wen man spielt, wenn man erfahrender ist. Wie man dann vielleicht, man weiß ja, mit welchen acht Personen man spielt, wie man dann vielleicht einen Deckbau machen muss oder darauf schon eingeht oder nicht. Hättet ihr denn Interesse, dann das auch mal in kleinerer Besetzung zu spielen oder würdet ihr für euch sagen, das ist dieses große Turnier, ja in Anführungszeichen Partyspiel? Ich kann mir halt nicht vorstellen, dass das mit dem Bot so gut funktioniert. Also das ist, weil ich finde, das lebt halt davon, dass du einer Person auch gegenüber sitzt, dass du da halt auch die Kommunikation untereinander hast. So, ah, jetzt hier die Karte und, ah, okay, schaffe ich es noch oder schaffe ich es nicht? Und du halt dabei immer auch deinen Gegner einfach beobachten kannst. Und ich finde, davon lebt das auch. Von daher würde ich es halt auf jeden Fall nicht mit Bot spielen wollen. Ob ich das halt jetzt dann mit weniger Leuten spiele, wo es dann auch ohne funktioniert oder mit mehr, ist, glaube ich, egal. Weil im Endeffekt geht es halt einfach nur schneller rum. Also ich habe auch genau das gleiche Problem, ich habe überhaupt kein Bot, Alter, kein Bot, das mit Bock, nein, andersrum, kein Bock, das mit Bot zu spielen. Weil, was ich eben schon meinte, ich habe das Gefühl, das fühlt sich auch irgendwie falsch an, wenn ich mit anderen MitspielerInnen am Tisch sitze. Dann finde ich das irgendwie seltsam. Oder schade, vielleicht auch einfach. Und ich hätte eigentlich super Bock, das in kleiner Spielzahl mal zu spielen. Aber ich glaube, dass, also ich könnte mir auch irgendwie als Zweierspiel vorstellen, ich baue mir ein Deck, du baust mir ein Deck. Nur dann funktioniert, glaube ich, dieses chaotische Deckbauen nicht mehr so gut. Aber ich habe es noch nicht ausprobiert. Also ich kann ja relativ lange quasi nach Karten graben, die ich haben will. Ich ziehe ein paar Karten, schmeiße dann wieder welche weg, ziehe noch welche und behalte dann welche. Und das kann ich ja jede Runde mehr oder weniger machen. Und dadurch, dass aber natürlich acht SpielerInnen am Tisch sitzen, ist diese Kartenverteilung viel mehr zufällig. Also welche Karten ich kriege, fühlt sich noch glückslastiger an. Und ich glaube, das ist so ein Chaos, was ich ganz gut finde. Und bei weniger Spielern könnte ich mir vorstellen, fehlt das einfach. Und dann ist es wirklich nur noch, ich decke eine Karte auf, du deckst eine Karte auf. Hm, weiß ich nicht. Aber habe ich noch nicht ausprobiert. Jetzt ist ja auch, glaube ich, schon ein, ich glaube, wenn ich es richtig verstanden habe, Standalone-Nachfolger sozusagen angekündigt. Also irgendwie ein neues Grundspiel, was aber irgendwie komplett miteinander kombinierbar ist. Würdet ihr sagen, braucht Challengers das? Braucht ihr das? Oder würdet ihr sagen, das Grundspiel reicht euch für, weiß nicht, 10, 20 oder noch mehr Partien aus, weil das schon so viel bietet? Beides. Ich glaube, das Grundspiel reicht für 10, 20 Partien aus, aber ich möchte mehr. Ja, ich stehe halt, also ich gehöre auch nicht zu den Leuten, die zum Beispiel, wenn sie ein Spiel haben mit Ereigniskarten, haben sie verloren, dann lesen sie sich alle Ereigniskarten durch, die noch hätten kommen können. Sondern ich möchte mich immer überraschen lassen. Ich habe total Lust, rauszufinden mit den Sachen, die kommen, die ich vielleicht gar nicht kenne, das Beste zu machen. Das macht mir eigentlich fast am meisten Spaß, also diese Sachen entdecken. Ich würde mich halt, also ich möchte mich überhaupt nicht spoilern. Ich würde mich nicht bei Challengers hinsetzen und mir die Decks vorher durchgucken, welche Karten gibt's denn noch. Sondern mir macht das viel mehr Bock zu entdecken, wenn auch mein Gegner oder eine Gegnerin eine Karte spielt. Ich denke, ach krass, die ist ja super cool, die kenn ich noch gar nicht. Weißt du, das ist was, was ich möchte und ich möchte immer was Neues entdecken. Darum brauche ich in dem Fall einfach nur More of the Same und das gerne ständig. Ja, kann ich mich nur so anschließen. Dann habe ich vielleicht noch eine Frage zum Spiel, weil das wurde, glaube ich, auch ein bisschen diskutiert. Ist das für euch ein Kennerspiel? Ja. Warum? Weil die Regelzugänglichkeit das voraussetzt. Es gibt, glaube ich, genug Begrifflichkeiten, die geklärt werden müssen. Was ist die Bank? Was ist dann der, ich weiß schon wieder nicht mehr, was heißt der Pausenbereich oder so? Ich glaube, Ruhestapel. Was ist Deck auch eigentlich? Bitte? Ich glaube, Ruhestapel heißt das, glaube ich. Wir meinen das Gleiche auf jeden Fall. Also es ist auch egal, wie es heißt. Es gibt eben genug Sachen. Ich glaube, reines Deckbuilding ist auch noch nicht im Familienspielbereich angekommen. Das ist mit Dominion ja auch im Kennerspielbereich gewesen, was natürlich viel mehr Synergien noch hat. Aber ja, nee. Und ich glaube vor allem, dieses typische Beispiel, gibt das mal der Familie allein die Regeln nach Hause und lasst die das spielen, wird, glaube ich, scheitern. Okay, dann würde ich sagen, widmen wir uns dem nächsten Spiel. Vielleicht kurz zur Info, nicht wundern, warum Lavinia vielleicht diese Folge etwas ruhiger ist. Sie hat einen kränklichen Hund zu Hause und ist dann vielleicht auch mal, ja, gerade kurz nicht da. Ich bin aber gerade doch da und habe euch tatsächlich ganz aufmerksam zugehört. Ich habe aber Challengers noch nie gespielt, kann da jetzt keine sachdienlichen Hinweise zu geben. Hast du denn jetzt Bock, nach dem, was Vera und Peter erzählt haben, das mal auszuprobieren? Also ich habe das auf der Messe damals gesehen und bin da um diese Tische schon rumgetigert, wo das so intensiv gespielt wurde und mich hat das tatsächlich überhaupt nicht gereizt. Das klingt jetzt wieder sehr oberflächlich, aber mich spricht schon die Optik nicht an. Also das ist das, was Peter schon gesagt hat. Also das gefällt mir einfach null. Aber das muss ja nichts heißen. Also es kann ja inhaltlich ein super Spiel sein. Ich glaube auch, dass es per se nicht schlecht ist. Aber es ist einfach was, das käme auch hier in den Runden, wo ich spiele, einfach nicht auf den Tisch. Das muss man auch realistischerweise mal sagen. Aber bei den Spiel-des-Jahres-Empfehlungen, da kann ich ein bisschen mehr dazu sagen. Okay, dann machen wir erst mal weiter und wir hören auf jeden Fall noch mal was von Lavinia. Genau. Was ja, glaube ich, zumindest optisch vielleicht das schönste Spiel bei den Nominierungen ist. Iki, was ja schon eigentlich ursprünglich mal etwas vor längerer Zeit erschienen ist, aber jetzt sozusagen das erste Mal richtig auf Deutsch. Ein, ich zitiere wieder, Handelswettlauf durchs historische Tokio für zwei bis fünf Personen ab 14 Jahren ist von Kota Yamada und bei Giant Rock auf Deutsch erschienen. Hat das hier überhaupt jemand gespielt? Ich nicht. Auch Peter schüttelt den Kopf. Dann können wir eigentlich nur sagen, schöne Schachtel. Fantastische Schachtel. Einfach klassisch, da kennt man sich mit aus. Das ist schon mal ein Pro-Argument, ja. Sollte nicht gewinnen, weil es so ein altes Spiel ist? Nee, das Argument finde ich voll nervig. Ich weiß, ich wollte es jetzt einfach nur so. Ich finde es wirklich einfach nervig. Ich finde die Regel ist einfach, Erscheinungsdatum, Deutschen, fertig, egal wann es in irgendeinem anderen... Natürlich, man kann ja auch nicht für einen deutschsprachigen Preis, kann man es nicht anders machen. Das ist ja Quatsch. Voll. Das finde ich einfach, ja. Okay, also, ne, Icky... Ja. Ja. Schnell weiter... Genau. Zum nicht so unbekannten Spiel. Oh. Nämlich eine, Zitat, produktive Planetenbepusselung für ein bis sechs Personen ab zehn Jahren. Nämlich Planet Unknown von Ryan Lambert und Adam Reberg. Das ist bei Strohmann Games auf Deutsch erschienen, im Original bei Adams Apple Games, die ja auch das tolle Swordcrafters gemacht haben. Also, ich bin Fan von Planet Unknown. Geht es euch auch so? Ja. Nee. Uh, okay. Peter, sollen wir erst ein bisschen was Positives sagen oder möchtest du erst meckern? Ich will gar nicht so doll meckern, aber ich bin irgendwie nicht schockverliebt in dieses Spiel. Also, wir haben das ja auch schon zusammengespielt, das hat mir ganz gut gefallen, dann war es mir aber auch schon wieder egal. Also, dann habe ich es einfach ein bisschen vergessen. Dann kam es irgendwie die deutsche Ankündigung raus, dann war es eine Weile verfügbar und dann dachte ich, bin ich nochmal ein bisschen so mitgeschwommen. Und dachte, ach komm, irgendwie war das ja ganz gut, ich möchte das doch nochmal ausprobieren, habe es mir dann nochmal geholt und habe dann irgendwie diese Standardversion gefüllt und war davon gespielt und war davon so gelangweilt. Die fand ich irgendwie so nichtssagend banal und zusätzlich fand ich den Solo-Modus auch nicht gut, der hat mir keinen Spaß gemacht. Den fand ich irgendwie sehr, das ist jetzt leider eine Weile her, aber ich fand den so anders als das Spiel an sich. Ich fand den sehr, man musste, glaube ich, sehr genau und sehr konsequent puzzeln und sehr, da musste man gleich nochmal helfen. Irgendwas war da, was ich irgendwie, was mir bei Mehrpersonenspielern deutlich besser gefällt auf jeden Fall. Jetzt habe ich allerdings noch ein paar Mal wieder die Rückseiten quasi von allem gespielt und die auch in lustiger Kombination und ich finde das Spiel tausendmal besser. Und ich finde, diese Einstiegsvarianten, lass die einfach weg, schmeiß die raus, braucht man nicht, das ist nur einmal als Regel erklärt, Tutorial bräuchte man das einmal da drin. Von mir aus, vor allem wir reden ja hier auch über das Kennerspiel, also wir sind nicht im Familienspiel, darum weg damit, spielt das nicht damit, spielt nur in lustigen Kombinationen, weil dann macht das auf einmal ganz andere Sachen und man muss tatsächlich auf einmal nachdenken, was man da tut. Man muss nicht mehr einfach nur blind irgendeinen Teil dahin legen, weil es passt eh schon und dann fährt man da eh mit seinem Rover noch hin und sammelt das noch ein und geht auf irgendwelchen Leisten hoch. Da wird es auf einmal wichtiger, vielleicht in welcher Reihenfolge man was puzzelt und warum man was puzzelt. Super. Also viel, viel besser. Aber deshalb, ich bin kein Fan, sondern ich finde das Spiel hat irgendwie, ja, also es hätte mehr Liebe bei mir verdient, die es irgendwie nicht hat. Also ich bin großer Fan, im Endeffekt ist es ja ein relativ, würde ich sagen, relativ simples Puzzlespiel, wo wir halt unterschiedliche Polyomino-Teile auf unseren Plan puzzeln und der Clou ist dann ja, dass auf diesen Polyomino-Plättchen unterschiedliche Gebiete oder ja Landschaften sozusagen drauf sind, die halt dafür sorgen, dass wir auf unterschiedlichen so Tech-Trees vorangehen, die uns dann Fortschritte, Punkte oder sonst was bringen und dann halt in dem, was Peter ja beschrieben hat, diesen asymmetrischen sowohl Planetenoberflächen, die dann unterschiedliche Aufbauten haben und unterschiedliche Sonderregeln, aber auch unterschiedliche Konzerne. Also da sind dann diese Tech-Trees alle ein bisschen unterschiedlich aufgebaut und wir haben bestimmte Regelungen, wir haben mehr Rover, wir haben ja bestimmte Einschränkungen manchmal auch in dieser Kombination, und ich glaube, acht Planeten und acht Konzerne müssen es, glaube ich, sein. Das sind auf jeden Fall, glaube ich, vielleicht sind sogar zehn Planeten und sechs Konzerne. Ich bin gerade am überlegen, es ist auf jeden Fall einiges an Wiederspielwert im Grundspiel allein drin und ich glaube, jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme ist auch gerade erst kürzlich auf GameFound die Crowdfunding-Kampagne zur Erweiterung gestartet. Vera, was ist denn das an dem Spiel, was dich so fasziniert, begeistert? Man puzzelt. Das reicht schon. Ja, nee, das reicht schon. Nein, ich mag ja generell diese Plättchenlegespiele. Grundsätzlich mag ich die ja eh sehr gerne. Ich weiß nicht, ich finde es halt nur so eine schöne Mischung aus, du hast viel selbst in der Hand. Also was wählst du aus? Welches Plättchen wählst du aus? Aber gleichzeitig sind ja, ich meine, es ist jetzt nicht das, also es ist schon solitär. Also so viel Interaktion am Tisch ist jetzt auch nicht. Aber ich habe es bisher auch nur zu zweit gespielt. Aber trotzdem ist es halt so, du guckst halt ab einem gewissen Punkt auch, was macht dein Gegner? Ja. So wie viel muss ich vielleicht noch zubauen, damit ich Punkte kriege? Also gucke ich vielleicht, dass nicht gerade die größten Teile bei meinem Gegenüber landen? Also bei mir wird nur zu zweit gespielt. Nachher puzzelt der dann alles ganz, ganz, ganz schnell voll und bei mir ist gefühlt noch die Hälfte frei. Was dann ja auch blöd ist. Ich finde die Idee halt dann noch mit diesen Rovern ganz cool, mit dem Tech Tree, dass du dich quasi auch so weiterentwickelst, nenne ich es mal. Ähm, es trifft halt einfach irgendwie so einen Sweetspot. Und ich finde es zum Beispiel auch gar nicht so schlimm, dass du da diese Einsteiger-Variante dann quasi hast. Ja, die ist beim ersten Mal spielen. Ähm, die ist nicht groß herausfordernd. Da kriegst du auch gut Punkte. Du kriegst eigentlich deinen Planeten gut befüllt. Klar, ich fand die halt egal. Genau, jaja, die macht nicht viel. Was du aber halt dann dadurch hast, ist, wenn du das… Weißt du, weißt du? So fühlt sich das an. Ja, aber ich finde es halt ganz, ganz charmant, weil dann, wenn du das mit Leuten spielst, die das vielleicht noch nie gespielt haben oder die, ähm, jetzt wirklich eher so im oberen Familien, unteren Kennerbereich so rumdümpeln, nenne ich es mal, ähm, kannst du halt sagen, okay, alles klar, ihr, wenn ihr möchtet, könnt ihr das in der einfachen Variante nehmen oder ihr nehmt einfach den Standardplaneten, aber einen von den variablen, äh, Konzernen, also das kannst du ja variieren, wie du es willst. Und so steht quasi jeder auf seinem Niveau vor der gleichen Herausforderung. Für manche ist es dann halt ein bisschen leichter, aber für mich dann zum Beispiel ein bisschen schwerer. Und, äh, so entsteht dann halt auch quasi nochmal so ein bisschen mehr ein Wettbewerb, ohne dass eigentlich schon klar ist, ja, okay, du hast das Spiel schon dreimal, viermal, fünfmal, tausendmal gespielt. Du hast vermutlich diesen Vorteil einfach, weil du das Spiel kennst, weil du es dir selber halt so schwierig machen kannst, wie du es willst. Und das finde ich eigentlich ziemlich charmant. Ja. Finde ich tatsächlich einen ganz schönen Gedanken, hab ich noch nicht drüber nachgedacht. Johannes, sag mal, warum gefällt dir das denn so gut? Ja, diese Kombination aus, ne, ich bin dann ganz bei Vera puzzeln, ist geil. Und Vera und ich sind ja auch beide, äh, Roll- und Thrip-and-Ride-Fans. Und ich finde diese, ne, dieses bisschen, äh, ganz schön clever Gefühl oder auch, äh, Fleet Three Sisters, dieses Kombo-Belohnungsfreischalten, ist halt einfach cool. Wenn du ein Teil platzierst, dann sammelst du irgendwie mit dem Rover was ein, die andere Landschaft auf dem Teil bringt dir auf dem einen Track einen weiteren Step. Dann kannst du durch eine Belohnung auf einem anderen Step was freischalten und kriegst, kannst dadurch, hast du eine Technik freigeschaltet, die dir dann im nächsten Zug irgendwie ermöglicht, dass der Rover irgendwie, keine Ahnung, auf einmal diagonal laufen kann. Ich glaub, das ist bei den, bei den Standard, äh, ähm, Konzernen dabei. Und das ist halt einfach super cool und vor allem auch diese Kombinationsmöglichkeiten, ne. Das ist dann manchmal auch ein bisschen, ja, gefühlt unfair. Also es gibt, hab ich das Gefühl, einige Kombinationen aus Konzernen und Planeten sind schwieriger zu handeln als andere. Aber das find ich gerade solo, das ist dann irgendwie einerseits eine größere Herausforderung in bestimmten Konstellationen als anderen. Und fürs Mehrpersonenspiel kannst du halt irgendwie in einer Person, die es halt schon mehrmals gespielt hat, gibst du halt irgendwie den, 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 den fieseren Planeten sozusagen, der irgendwie, also es gibt zum Beispiel einen, da muss man, theoretisch puzzelt man das erste Teilchen an den Rand und dann halt immer angrenzen, wie man's kennt. Es sei denn, durch irgendwelche Technologien schaltet man frei, dass man überall hinlegen kann. Aber es gibt zum Beispiel einen Planeten, da muss man tatsächlich Tetris-mäßig die Teile so reinschieben können, was wirklich nochmal so ein ganz anderes Umdenken erfordert. Weil du darfst nicht einfach irgendwelche kleinen Lücken machen, weil die kannst du, kriegst du nicht mehr gefüllt. Und das find ich super spannend, was da alles an Möglichkeiten drin steckt. Genau, und das sind aber auch genau die Herausforderungen, die ich gerade meinte, die ich irgendwie auch haben will. Ich fand, wie gesagt, bei der Standardseite, was ihr gerade so positiv beschreibt, dass man dieses Belohnungssystem hat, ich schalte hier was frei und da, da war mir das einfach zu einfach. Also ich gehe da eh hoch und dann kriege ich dadurch einen Bonus. Also ich muss selten darauf aufpassen, wann ich das mache. Und bei den späteren Konzernen oder auch bei den späteren Planeten ist mein Timing teilweise auf einmal wichtig. Also wann lege ich dieses Plättchen, damit ich da das auslöse. Und wenn ich vorher vielleicht was anderes auslöse, ist diese Belohnung nicht mehr so gut oder ich kann nichts überspringen oder ähnliche Sachen gibt's da ja manchmal. Und da, find ich, kommt auf einmal so ein bisschen das Salz in die Suppe, ne? Und natürlich auf dem Tisch, wir haben mit dieser Lazy Susan, also diesem Plastik-Insert sozusagen, was drehbar ist, einfach ein cooles Gimmick vor allem. Und das muss man sagen, ich finde, im Mehrpersonenspiel ist das mehr als nur, auch im Solospiel, das ist mehr als ein Gimmick. Weil das die Handhabung enorm erleichtert. Das wäre, ohne das, das aufzubauen. Und vor allem im Mehrpersonenspiel, die Person, die dran ist, kann das Ding halt drehen. Und dann, man hat immer die Auswahl zwischen zwei Plättchen. Dann dreht man es natürlich so, dass es für einen selber gut ist. Vielleicht guckt man auch, öh, Vera hat da irgendwie noch so eine T-Form. Dann kriege ich halt diese Runde Vera nicht die T-Form oder sowas. Das ohne dieses Drehding, das wäre halt überhaupt nicht machbar. Also das wäre absolut furchtbar. Ja. Wobei es im Zweipersonenspiel ja eigentlich, glaube ich, in den offiziellen Regeln auch nur so ist, dass man einfach immer nur einen weiterdreht. Also man darf sich gar nicht frei aussuchen. Und das ist, ja, keine Ahnung, ist eine ganz gute Macheart vielleicht, um das Spiel so ein bisschen schwerer zu machen, um eben nicht jede Runde oder jede zweite Runde die volle Auswahl zu haben. Ja. Ja, gut, das ist so eine Regelanpassung. Und wo wir schon bei dieser Lazy Susan sind, warum gibt es keinen Deckel? Weil du zu Ikea gehst und dir so ein Silikon-Plastik-Abdeck-Ding holst. Wie so eine Badehaube für Tupperware. Das ist richtig, das macht man. Wobei ich jetzt glaube, mit hier der Kickstarter-Gamefound-Vioroma-Kampagne kannst du dir, glaube ich, nochmal einen Deckel dazukaufen oder so. Bin mir aber jetzt gerade nicht sicher, aber ich meine, ich hätte da irgendwas gesehen, dass die quasi einen Deckel dafür anbieten. Kooperation mit Ikea jetzt, oder? Hast du mir noch nicht genauer angeguckt? Nein, also für alle, die es nicht wissen, das Problem ist eben, man kann es eben nicht hochlagern, weil dann diese schönen Tiefziehteile nichts bringen, weil dann alle Plättchen da rausputzen, weil es eben keinen Deckel in diesem Drehteller gibt. Und der beste Lifehack, den es bisher gibt, ist quasi sich von Ikea so ein frische, was auch immer das ist, so ein Abdecker für irgendwelche Schalen zu holen aus Latex oder sowas ist das, glaube ich. Der schlechte Lifehack ist die Frischhalterfolie. Ah, ja. Aber die kriegst du übrigens alleine da drüber, glaube ich, weil das andere Ikea-Ding, da brauchst du schon vier Hände, um das da sauber raufzukriegen. Ich kann es aber sowieso nicht hochkantlagern, weil ich kriege die Box nicht ganz zu. Angeblich wurde schon mir auch geschrieben, nein, nein, wenn man irgendwie die, also ich habe diese Deluxe-Version halt mit den Token halt, also mit den Token-Trace, angeblich, wenn man die irgendwie zurecht zuckelt, geht die Box zu. Ich kriege das nicht hin. Aber ja, da gehen die Meinungen vielleicht einfach auseinander. Wir haben schon wieder die Box angesprochen. Wir haben die normale Standard-Version. Geht die zu? Ja, die geht zu. Ich frage doch, definiere zu, ne? Also, wenn der Deckel draufpasst, ist auch zu, ne? Ihr wisst, was ich meine. Peter, du hast ja schon ein bisschen angesprochen, ne? Solitär, das ist schon, auch wenn es natürlich, das hast du angesprochen, wäre, es gibt in Mehrpersonenspiel diese Ziele, aber sonst ist es schon eher solitär. Meint ihr, das könnte der Titelverleihung zum Kennerspiel des Jahres ein Problem sein? Nee. Du meinst so wie bei Cascadia letztes Jahr, ne? Das war, nee, scheißegal. Also, auf gar keinen Fall. Weil es gibt so viele Spiele, die einfach, wenn man es so nüchtern betrachtet, komplett solitär sind und was die anderen am Tisch machen. Komm, fast in jedem Worker-Placement nimmst du mir vielleicht ein Worker-Feld weg und das war's. Das finde ich, ist total irrelevant. Vor allem, es gibt ja sogar wirklich drei verschiedene Spielmechanik, äh, Modi, ne? Also, Solo spielt sich anders als zu zweit, spielt sich anders als zu dritt. Das finde ich eigentlich ganz positiv, dass das quasi angepasst wird. Mir macht das halt ab drei SpielerInnen am meisten Spaß, weil ich diese Art irgendwie am liebsten hab, dass ich frei entscheiden kann, welches Plättchen ich wähle und nicht immer nur ein weiterdreh und eben diese Ziele zwischen uns hab und so was. Aber es geht halt, ne? Und das ist halt cool. Gegenteilige Meinung, Vera? Nee, gar nicht. Also, ich finde gerade im Kennerspiel-Bereich dann oder im Kennerspiel-Des-Jahres-Bereich fällt das für mich nicht so ins Gewicht. Also, es ist vielleicht eher was, wenn du sagst, du bist beim Spiel des Jahres mit Familien an den Tisch, kriegen vielleicht eher ein Argument. Aber ich, also, mich stört's nicht. Und wie gesagt, ich mag ja auch die Puzzlespiele generell und davon ist ja kaum eins wirklich mit viel Interaktion gesegnet. Also, von daher ... Genau, ich würd gern noch ergänzen, gerade beim Mehrpersonenspiel hat man ja eben diese, ja, wie heißen das, diese Nachbarschaftswertung zwischen den Spielern, die neben mir sitzen. Da guck ich ja tatsächlich sogar mal, wie spielen die. Also, da gibt's ja sowas wie, wer hat am meisten Meteoriten von seinem Planeten eingesammelt oder sowas. Und dann schau ich ja tatsächlich mal, wie spielen die. Das gibt's ja in vielen Spielen nicht mal sowas. Also, manchmal ist es mir total egal, was da passiert. Und hier hat das ja wirklich nochmal Einfluss. Und, ne, keine Ahnung, Leute sagen schon wieder im Puzzlespiel, würd ich ja sagen, Planet Unknown ist allein aufgrund der Komplexität noch mal so eine kleine Ausnahme im Puzzlespiel, weil die meisten Puzzlespiele ja eher im Familienbereich zu finden sind. Natürlich gibt es, keine Ahnung, ich würd sagen, ein Fest für Odin ist kein Puzzlespiel, aber es hat natürlich einen nicht zu unterschätzenden Puzzle-Anteil. Aber die meisten Puzzlespiele sind ja noch mal einen Ticken weniger komplex. Ja, wobei ich auch finde, es fühlt sich eben gar nicht so komplex an. Aber ist es eigentlich, wenn man wirklich gut werden will? Es ist nicht kompliziert. Ja, genau. Ja, was sagten ihr eigentlich zur Optik von dem Spiel? Da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Also, ich glaub, Rebecca hat irgendwann mal gesagt, das ist entweder die, ich weiß nicht, entweder die langweiligste oder hässlichste Spiele-Schachtel oder das Cover, das sie je gesehen hatte. Das Cover ist schon hart, ne? Das kommt schon so ein bisschen, ja. Ich versteh das Cover schon, wenn man das Spiel gespielt hat, aber es ist schon etwas wirr. Und also, ich glaub, ein schlaues Cover wär gewesen einfach ein Punkt oder so. Also eine Sache irgendwie im Zentrum. Aber so ist es schon, du hast das und du hast das und du hast das. Es wirkt schon ein bisschen konfus. Es erinnert auch so ein bisschen, als ob der Grafiker oder die Grafikerin, ich weiß gar nicht, wer das war, MyCity gesehen hätte und gedacht hat, ach, sowas versuch ich auch. Ja. Nur halt ... Ja, ich hab so ein bisschen das Gefühl, sozusagen, es wurde angefangen und dann wird gedacht, okay, wir müssen noch einen Meteoriten reinzeichnen und dann machen wir noch die Raumstationen und dann machen wir in den Hintergrund noch so einen Saturn-ähnlichen Planeten und dann wurde aber nicht gesagt, das ist zu viel. Ja, aber auch die Art der Grafik ist ja auch so ein bisschen langweilig, ne? Ja, ich sag mal, vom Spielmaterial her lebt das ja davon, dass du dann eben diese Plättchen legst und dann sagst, okay, du hast hier grün, du hast hier blau, was weiß ich. Aber auch da, finde ich, gibt es Spiele, die mir am Spielende mehr geben optisch, also wo ich mich eher drüber freue, dass da was entstanden ist. Aber ich weiß nicht, irgendwie ist die Optik mir bei dem Spiel so ein bisschen, ja, wie egal. Also, ich finde sie nicht sonderlich schlecht, ich finde sie jetzt aber auch nicht gut. Es sieht halt aus. Ich glaube, bei mir ist das wirklich ein Punkt, der mich total stört, das Spiel rauszuholen. Ich würde gerne, dass das geil aussieht und das sieht einfach nicht geil aus. Das sieht genauso, wie du sagst, es ist halt egal, was ich da puzzle. Ich finde diese Plättchen alle nicht schön. Ich möchte die immer nicht nehmen. Ich möchte gerne ein schönes Plättchen mir nehmen und dahin puzzeln und das gibt es einfach nicht. Und ich finde, damit haben sie, also, ich glaube, allein, wenn du ein Re-Theme machen würdest oder es einfach neu designen würdest, könnte das so viel rausholen. Das wäre so, weißt du, dieses i-Tüppchen, was es halt zum perfekten Spiel machen würde. Und perfekt meine ich nicht zynisch. Ist halt eine super zweckmäßige Optik, ne? Also, das muss man schon sagen. Also, abgesehen davon, ich weiß nicht, wie das irgendwie mit Sehschwäche oder Farbblindheit ist. Aber du erkennst halt sofort, okay, du hast jetzt das Teil, was zur Hälfte blau und was zur Hälfte grün ist. Und dann weißt du sofort, was du damit machst. Und den Meteorid ist auch sofort zu erkennen. Ich glaube, die Farbsichtschwäche ist quasi dadurch ja gelöst, dass du jedes Ressourcensymbol ja noch mal in dem Bereich hast. Stimmt, voll. Das natürlich auch, ja. Okay, das heißt, wir haben jetzt beim Kennerspiel nominiert Challengers, Ikki und Planet Unknown. Wer sollte es denn jetzt unserer Meinung nach werden? Ich finde es schwierig, das irgendwie zu beurteilen. Es kommt halt sozusagen bei mir, wenn ich jetzt mal, ich klammer Ikki jetzt halt einfach aus, weil habe ich nicht gespielt, ne? Aber sowohl Challengers als auch Planet Unknown finde ich gute bis sehr gute Spiele. Aber je nachdem, worauf ich Bock habe. Also, weil die halt so komplett unterschiedlich sind. Und ich finde aber tatsächlich, dass man diese Spielidee von der Umsetzung von einem Autobattler, weil es ja so ist, zumindest habe ich es bisher noch in keinem Spiel so gesehen, irgendwie honorieren sollte. Und ich glaube, ich wäre, also ich könnte mit beidem gut leben, sozusagen, aber ich glaube, ich wäre eher bei Challengers. Ich bin ehrlich gesagt total blank. Ich weiß es wirklich nicht. Ich habe so ein ähnliches Problem wie du, glaube ich. Ich finde, es spricht so andere Gelüste an. Wirklich. Also, Challengers spricht bei mir auch genauso, wie du es gerade gesagt hast. Da muss ich anders Bock drauf haben als auf Planet Unknown. Ikki habe ich auch nicht gespielt. Ikki fühlt sich wie der klassischste Titel so an. Also, als so der typische Kennerspiel-Anwärter, von dem man aber wirklich ja nur Gutes hört. Das muss man ja auch mal hier erwähnen. Also, ich kenne da wirklich niemanden, der das gespielt hat und gesagt hat, das war ein Kackspiel, sondern tatsächlich das Gegenteil. Also, rein vom Kopf her finde ich, was gegen Challengers spricht, ist eben die Personenanzahl. Also, man kann es theoretisch solo spielen, aber will man das, ist das gelebter Spiel davon. Bei Planet Unknown spricht das quasi dafür. Das kannst du in jeder Besetzung spielen. Es ist allerdings dafür auch wirklich nicht innovativ. Es ist ein Puzzlespiel, was eben ein geiles Gimmick mit dieser Lazy Susan hat. Also, mein Herz hängt tatsächlich an keinem von beiden. Darum, ich glaube, ich würde fast ohne das gespielt hat mit dem Klassiker gehen und sagen, komm, Ikki hat es verdient. Und dann gibt es schön Aufschrei, weil das ja ein altes Spiel ist. Ja. Ich habe ja nur Planet Unknown gespielt und ich finde das ja wirklich, wirklich ganz fantastisch. Also, ich finde für das, was es sein will, ist es ein ganz großartiges Spiel. Aber ich bin da, glaube ich, so bei Vera. Ich würde auch sagen, allein dieser Innovationsaspekt von Challengers ist irgendwie bemerkenswert. Und ich gehe einfach davon aus, dass es jetzt ein gutes Spiel ist, weil ihr das auch gesagt habt und das insgesamt super gut ankommt. Ich werde es bestimmt irgendwann mal ausprobieren. Ich finde, allein das sollte man honorieren. Vor allem allein die Idee, dass das funktioniert, das finde ich erst mal schon absurd. Also, ich meine, es hätte ja wirklich, also, es hätte ja tatsächlich sein können, dass das rauskommt und alle sagen, richtig coole Idee, dass ihr herangeht und versucht, dieses Autobattler-Ding zu machen. Und dass das Ding völlig, es hätte ja wirklich komplett floppen können. Aber ist es ja nicht. Und das finde ich irgendwie ultra bemerkenswert. Genau, und das liegt tatsächlich auch am Spiel. Also, ich meine, Asmodee hat da auch gutes Marketing für gemacht vorher, aber das haben sie bei anderen Spielen auch gemacht. Die haben dann kurz einen Hype erlebt und dann waren die vergessen. Also, wenn du an diese Unique Games denkst mit, ja, keine Ahnung mehr, wie es hieß. Discover. Genau, danke. Da gab es ja auch genau eine gute Hype-Welle vorher. Wir machen da so eine Sache. Und dann haben alle darüber geredet, auf der Messe haben es gespielt und danach haben es alle scheiße gefunden. Das ist hier eben nicht passiert. Also, ja, super Wahl wahrscheinlich. Aber darum, alle drei sind wahrscheinlich gute Kandidaten und wir freuen uns für jeden Gewinner. Was ist das denn für eine ekelhaft diplomatische Abschlussbemerkung? Ich traue mich heute nichts mehr zu sagen. Dieser Anfang hat mir den Wind aus den Segeln genommen. Lavinia, müsst du, falls du da bist, ein bisschen Polemik noch in die Diskussion hineinbringen? Nö, das habt ihr schon gut gemacht. Da werde ich mich jetzt schön raushalten. Und mir nicht weiter ins eigene Fleisch schneiden. Traumhaft. Fällt dir im Zweifelsfall ... Nee, nee, nee. Das fällt im Zweifelsfall nur schlecht auf mich zurück. Challengers wird sowieso ... Und sag doch mal, welches Spiel findest du denn am schönsten von den dreien? Nee. Hanabi. 2013, wer es wissen will. Richtig. Eher richtig, nee, keins davon. Ich find keins davon ansprechend. Außer das eine von dem, wie heißt es jetzt noch mal, jetzt fällt mir der Name nicht ein. Das, was keiner von euch gespielt hat. Okay. Das klang akustisch am schönsten. Das klang akustisch optisch am schönsten. Finde ich sehr gut, dass hier Optik aufgrund einer Beschreibung beurteilt wird. Das ist eine ganz neue Ebene. Wir sind nicht oberflächlich. Okay. Ich schon. Ich weiß, aber uns interessieren Verpackungen auch nicht. Nur der Inhalt ist wichtig. Genau, dann können wir jetzt mal abschließend sagen, bei Icky wissen wir nicht, wie der Deckel schließt. Bei Planet Unknown kann es Probleme geben. Und bei Challengers passt alles. Zumindest in der Schachtel. Top, in die Box. Ja. Wunderbar. Dann widmen wir uns doch dem Spiel des Jahres. Vielleicht nur noch, um noch kurz auf die Empfehlungsliste einzugehen. Da wurden empfohlen relativ viele Titel. Nämlich Akropolis, Hitster, Kusoka, Mantis, QE, Sea Salt and Paper und That's Not A Hat. Genau. Und damit ist, ich bin gerade überlegen, Kaspar Lapp als Autor tatsächlich einmal bei den Empfehlungen und einmal bei den Nominierungen vertreten. Wollt ihr noch irgendwas zu den Empfehlungen sagen, bevor wir zu den drei Nominierten spielen uns widmen? Also ich weiß ja, Marisa war großer Fan von Sea Salt and Paper. Ist auch ein sehr cooles Kartenspiel. Also ich finde es schön, dass es genannt wurde. Hätte ich ehrlicherweise nicht gedacht. Weil es ist halt ganz nett. Aber ich hätte jetzt nicht gedacht, dass es da nochmal so Beachtung findet. Aber ich finde es gut. Also ich finde die Bandbreite total geil bei der Empfehlungsliste. Wirklich von Mantis und That's Not A Hat bis hin zum QE und sowas. Das finde ich irgendwie ganz geil. Ja, ich finde bei Sea Salt and Paper, um da nochmal kurz drauf einzugehen, dass tatsächlich, ja, es ist ein sehr schönes Spiel, aber da meine ich jetzt wirklich die Gestaltung mit. Das finde ich tatsächlich fantastisch. Das ist total geil. Spielerisch, finde ich, hätte man es auch einfach nicht erwähnen müssen. Das wäre auch okay gewesen. Aber nein, egal. Ja, ich finde es eine geile Bandbreite. Ich finde es cool, dass sie da so viel machen. Warum, weiß ich nicht. Ich bin ganz schön überrascht, dass Hits da dabei ist. Das hätte ich tatsächlich nicht gedacht. Das fand ich, das war, also da war ich schon überrascht, dass das auf der Empfehlungsliste gelandet ist. Weil das ist ja auch eher sowas, die Meinungen sind da schon arg geteilt bei dem Spiel, habe ich den Eindruck, oder? Finden das alle super. Ich glaube, die Meinungen sind tatsächlich, das hat Johannes mal erwähnt, um dich hier mal zitieren zu dürfen, das ist tatsächlich ein Altersproblem. Und ich glaube, die Meinungen ab so einer gewissen Altersgrenze sind alle durchweg positiv und darunter eher nicht. Und natürlich kommt dieses App-Problem dazu, das sehe ich überhaupt nicht. Vielleicht ist das einfach ein Spiel für Ü30. oder Ü35. Ehrlich? Ich habe das auch halt und auch von meiner kleinen Schwester miterlebt und die hat das auch erzählt, Jüngere haben da keinen Spaß dran, weil die kennen natürlich die Songs aus den letzten fünf Jahren, aber alles davor, also natürlich kannst du irgendwie so einen Oldschool-Klassiker irgendwie auf vor die 80er eingrenzen, aber alles andere ist reines Raten und ich glaube, das ist nicht mehr spaßig. Wobei ich dagegen halten würde, dass das, also man kennt ja auch von den alten Sachen kennt man ja manche Sachen, obwohl man echt nicht. Ich glaube, die unter 18-Jährigen nicht, sage ich mal, ganz kulturbensinistisch. Ja, okay, gut. Und vor allem das einordnen zu können, das lernt man ja auch erst mit den Jahren. Also so ein bisschen so ein Zeitgefühl zu entwickeln, wann war denn was. Also ich glaube, das hätte ich mit 18 auch nicht gekonnt. Da hätte ich vielleicht ein paar Lieder von meinen Eltern gekonnt oder aus dem Radio oder irgendwie, aber zu sagen, ist das jetzt 60er oder 70er, so differenziert hätte ich das, glaube ich, niemals einordnen können. Gut, ich ordne mich dem unter. Ich glaube, es ist einfach halt, ich sage mal, so ein Unterschied, wenn du jetzt zum Beispiel wirklich eine Erinnerung mit einem Lied oder sowas schon selber verknüpfst, oder ob du sagst, ah ja, das Lied lief mal auf einer hier so 80er, 90er, 2000er Party, wo ich war, da lief das Lied. So, dann hast du da ja nichts, was du selbst mit verbindest, außer dass du mal vor nicht allzu langer Zeit auf einer Party warst, wo das Lied gespielt wurde. Und, äh, also ich habe es selber nicht gespielt, aber ich habe jetzt auch schon öfter gehört, dass es eher eine ältere Zielgruppe dann sozusagen hat. Aber, also ich finde es super, dass die es auf die Empfehlungsliste gepackt haben, weil ich finde, das ist ein Titel, der es absolut verdient hat, dass man ihn sich anguckt. Ich finde diese ganze App-Thematik, über die immer wir diskutiert werden, total nervig und total irrelevant, weil entweder ist eine App dabei oder nicht, ob das jetzt Spotify ist oder was anderes, das finde ich total egal. Es funktioniert, ob du einen Pro-Account hast oder keinen. Ja, also das ist keine wirkliche Hürde und das finde ich ist kein Ausschlusskriterium. Und also alle, die scheinbar um die 30 schon sind, oder jüngere Leute, die einfach absolut musikbegeisterte Fans sind, einfach mal angucken. Es ist einfach geil. Man kann das kooperativ spielen, man kann sich auch einfach nur hinsetzen und diese Musik anhören und sagen, ah, das war da und sich Geschichten erzählen. Das bietet tatsächlich entweder Spiel oder einfach nur Beschäftigung. Und das ist auch geil. Ja, sehe ich ganz genauso. Würde ich genauso unterschreiben. Ich hätte mir auch durchaus vorstellen können, dass in einem anderen Jahrgang, wenn jetzt nicht, wenn wir gleich bei den Nominierungen sind, das andere Partyspiel dabei gewesen wäre, hätte das, glaube ich, nominiert werden können. Und ich glaube, das gilt auch für Akropolis. Ich glaube, das ist ein Jahr zu spät oder zu früh erschienen. Weil auch jetzt, ich habe das nochmal in unterschiedlichen Konstellationen gespielt, auch mit Leuten, die wenig spielen. Und das kam immer gut an, außer, und das muss man vielleicht sagen, das ist vielleicht auch vielleicht ein Punkt, warum das gegen die Nominierung gesprochen hat. Wenn man nicht diese, sich auch dieses 3D-Element im Kopf, also es ist ja schon eine Gedankenleistung und das können ja nicht alle. Das ist einfach eine, die einen können das besser, die anderen können das nicht so gut. Und das erfordert Akropolis dadurch, dass man in die Höhe baut. Und das ist, glaube ich, einfach eine Einstiegshürde. Aber ansonsten finde ich, das ist ein unglaublich elegantes, super simples Legespiel. Ja. Ich finde tatsächlich, Akropolis ist quasi so die sichere Bank eigentlich auf der Empfehlungsliste. Also wenn ich dir sagen müsste, wenn du ein Spiel zum Geburtstag mitbringen müsstest, irgendwem als Geschenk, wem auch immer, dann guck dir von allen Spielen, auch von den Nominierten, dann nimm Akropolis, fertig, mach's nichts falsch mit. Voll. Aber ich find's nicht belanglos. Also das ist auch, wenn's irgendwie, es macht ja nichts neu, außer vielleicht das 3D-Element, auch wenn das ja andere Spiele wie, äh, Miyabi ist doch auch 3D, richtig? Da baut man auch in die Höhe. Korrigiert mich? Nee, doch. Ich bin grad überlegen. Weiß ich nicht. Nein? Nein, doch nicht. Nee, Moment. Miyabi, das sind doch die Gärten. Ja, genau. Baut man da nicht in die Höhe? Ich weiß das gar nicht mehr. Alle, die zuhören, wissen's jetzt besser. Wir gucken nach der Aufnahme nach. Ja, es macht nichts neu, aber es macht das, was es macht, eben gut. Voll. Dann widmen wir uns doch den Nominierten. Ich fang jetzt mal hinten an, also wie es hier zumindest auf der, auf der Seite veröffentlicht ist, mit einem Spiel, bei dem wir, Zitat, bunt unterwegs in Londons Metro sind, für ein bis vier Personen ab acht Jahren von Matthew Danson und bei HCM Kinzel erschienen, ein Flip and Write, ist es ein Write, ein Flip and Draw? Line. Draw ist besser. Next Station London. Vera, als, als, als Pro in dem, in dem Business, hat es dich überzeugt? Ja. Ja. Also, ich hatte das auf der, war das auf der Spiel, wo die so einen ganz kleinen Mini-Stand irgendwie hatten, wo dann so ein paar Exemplare da rumlagen. Das ist mir aufgefallen, aber irgendwie bin ich auch dran vorbeigelaufen und war nicht weiter spannend. Dann haben wir es dann im Nachgang irgendwann gekauft und es macht ja so viel Spaß. Also, das ist einfach cool, weil du halt, ne, mit den verschiedenen Farben, du weißt nicht, weil es werden ja immer Karten aufgedeckt, die vorgeben, zu welchem Symbol du jetzt eine Linie ziehen musst und, ähm, ich glaube, es sind fünf rosa Karten, ne, und ich glaube, wenn die dann und noch ein paar blaue und wenn die rosa Karten alle aufgedeckt sind, endet auch eine Runde. Das heißt, jede Runde ist so ein bisschen variabel von der Länge, trotzdem muss man irgendwie so ein bisschen planen. Es gibt die, ähm, Ziele, die man, möchtest du was sagen? Äh, ja, aber ist nicht so wichtig. Ich dachte nur, selbst wenn man die Regeln ein paar Mal überliest, macht das das Spiel nicht kaputt. Also, wenn man, klar ist, dass das Spiel dann schon endet, dann ist es planbarer, aber es macht nichts. Ne, ach, wir haben das auch schon am Anfang ein paar Mal vergessen. Ähm, dann hast du jetzt gesagt, genau. Ich sehe ich natürlich nicht. Nein, nein. diese Ziele, ähm, auf die man noch hinarbeitet und mir macht es einfach Spaß. Was ich aber sagen muss, also, ich fand es super eingängig. also, ne, Regeln sind nicht viele, alles klar, los geht's. Wir haben das aber tatsächlich mit Leuten gespielt, die wirklich viel spielen und da war ein, was haben wir da gespielt? Ich glaube, es war vorher Darwin's Journey oder sowas. Das haben die Leute besser verstanden als die Regeln zu Next Station London, weil dann war auf einmal so, hey, ja, was kann ich jetzt und wie und ach, hier kann ich gar nicht und, also, ich habe das selber nicht so ganz verstanden, warum sich da dann die Leute so schwer mitgetan haben aber da scheint es irgendeine Hürde zu geben, die erst mal noch genommen werden muss für manche scheinbar. Aber, sehr toll, kleine Spielschachtel mit einem Magnetverschluss, das heißt, sie geht zu. Keine abwischbaren Pläne? Ne, keine abwischbaren Pläne und ich mag das halt einfach mit den verschiedenen Buntstiften, das ist das, was ich eben ja quasi auch so ein bisschen bei Planet Unknown angesprochen habe, ich mag, wenn du am Ende siehst, was irgendwie passiert ist und hier ist das halt auch noch schön bunt. Tatsächlich habe ich das Spiel gar nicht selber, sondern ich hatte es mir immer vom Freund ausgeliehen, liebe Grüße Kai, und der hat das einlaminiert, der hat vier Pläne einlaminiert, hat vier so Fohlenstifte gekauft und Johannes, ich fühle dich so sehr, ich finde das so scheiße, das am Ende wieder wegwischen zu müssen, weil man sich so eine geile Strecke da aufgebaut hat und denkt, guck mal, wie geil hier mein London-Plan geworden ist, so sieht das aus. Es hilft auch nicht, wenn man das Spiel erklären muss, also wäre da auch da, gebe ich, habe ich die Erfahrung gemacht und gebe dir eben recht, dass es scheinbar manchmal, es hat irgendwie so ein Verständnisproblem, aber das finde ich gut, weil das irgendwas neu macht. Es macht irgendwas, was man nicht kennt und was muss erst mal Klick machen bei allen. Das ist, vielleicht ist es auch die Kombination aus diesen Sachen, die Linien dürfen sich nicht kreuzen, die verschiedenen Farben, es hat eben eine Lernkurve, dass man kapieren muss, ach, es ist aber gut, wenn ich vielleicht in das Gebiet einer anderen U-Bahn-Linie fahre, weil ich dann so Umsteigestationen machen kann, wo sich die Linien treffen und am Anfang, ich glaube, die ersten Partien versuchen fast alle SpielerInnen sich auszuweichen. Die Linie fährt da, der fährt da in der Ecke, der fährt da im Süden und so und dann, die kommen sich überhaupt nicht in die Quere, weil dann hast du ja keine Stress, die Linien zu zeichnen und später, wenn man besser wird, denkt man, ach nee, guck mal, ich möchte ja, dass die sich quasi berühren. Und darum finde ich das tatsächlich gut und es hat eben auch noch dieses, noch so Module dabei, man kann irgendwie die Stifte verbessern, also die einzelnen Farben verbessern, es gibt diese Bonuskarten und so, also das hat ja auch noch irgendwie so Spielraum nach oben. Das Nervigste oder noch eine Kritik hinterher, die Auswertung dauert fast zu lange, also dieses Abrechnen nochmal, die einzelnen Stationen gehen schnell, dann muss man mal wieder zählen, wie viele Umsteigsmöglichkeiten habe ich gebaut, das ist so ein bisschen unübersichtlich, aber das ist halt egal. Also man muss ein Spiel irgendwie auswerten und passt. Ich finde total bemerkenswert, also ich glaube auch, das ist irgendwie unintuitiv, auch wenn ich auch nicht ganz fassbar machen kann, warum. Aber ich glaube, wenn man da drin ist, ist das super eingängig, wenn man dann irgendwie die Regeln verinnerlicht hat und auch da eigentlich finde ich, also das macht nicht wirklich viel neu, also irgendwie ist das so, dass so ein Potpourri aus ganz vielen Bekannten aus anderen Flip-and-Ride-Varianten, also sei es irgendwie das Setting, das hatten wir schon in Vollverplant oder in Railroad Inc. Aber irgendwie, trotzdem ist es so super elegant und vor allem auch super schnell gespielt, aber fühlt sich irgendwie, finde ich, für so ein Flip-and-Ride, den hier häufig irgendwie vorgeworfen wird, die sind irgendwie so belanglos oder so egal, fühlt sich hier überhaupt nicht egal an. Also ich finde, hier trifft man Entscheidungen, auch gerade dadurch und einerseits natürlich die unterschiedlichen Linien, die dürfen sich nicht überkreuzen, dadurch trifft man Entscheidungen, aber auch, natürlich ist es dann irgendwie Glück, aber wenn du eine Linie in eine Richtung gehst, dann hast du ja von dem, du kannst ja immer sozusagen nur an den Enden zeichnen, es sei denn, du kriegst die Extrakarte, dass du eine Abzweigung machen kannst. Also auch da musst du ein bisschen planen, ist zu viel, aber du musst überlegen, welche Stationen, Symbole da in der Nähe sind, weil im Worst Case wird da eine Karte gezogen, du kannst nichts einzeichnen. Also da muss man schon ein bisschen, finde ich, für so ein Flip and Write, auch mit simplen Regeln wird das Gehirn ein bisschen rausgefordert. Klar, und vor allem, das merkt man, wenn man zum Beispiel mal auf Boardroom Arena spielt, also wo du eben eine Online-Umsetzung davon hast, da wird dir zum Beispiel angezeigt, welche Karte raus ist, also welches Symbol nicht mehr kommen kann. Und allein das macht so viel mehr, das Wissen, was kann noch passieren und was kann nicht passieren. Das heißt, im Umkehrschluss, also ich finde das ja immer blöd, dass Boardroom Arena mir sowas zeigt, das nimmt einfach auch so ein bisschen das Spiel raus oder beziehungsweise das macht es für alle gleich schwer oder nicht gleich schwer, aber ich finde, das ist ja eine Kunst, wenn man dann Karten zählen kann und weiß, was noch kommt oder nicht. Also ich finde, da kann man ja auch besser drin werden, also auch diese Lernkurve. Und was es eben neu macht, Johannes, ist ja auch, dass es einfach diese verschiedenen Stifte gibt. Also ich wüsste gerade aus dem Stehgreif keinen Rollenweit, dass diese Stifte so wandern lässt oder überhaupt vier verschiedene Farben hat. Voll, das stimmt. Und auch da ist ja manchmal die Reihenfolge nicht, naja, unerheblich ist vielleicht falsch, aber es macht ja schon einen Unterschied mit, ob ich erst da zeichne und da, dann entwickelt sich mein Spiel einfach komplett anders. Total. Habt ihr schon, weil auf Boardgame Arena kann man den schon spielen, den Nachfolger Next Station Tokyo gespielt? Ja. Ich auch. Ich finde ihn auch ziemlich cool. Ist ein Ticken komplexer, aber hittet ähnliche Aspekte. Genau, gleiches Spielgefühl und komplett anders. Also super. Können wir sonst noch irgendwas zu Next Station London sagen? Ich meine, es ist ein Flip and Ride. Verdient das das überhaupt, nominiert zu werden? Das ist auch eine kleine Box, glaube ich. Zwar mit Magnetverschluss, aber es ist halt klein. Da passt wieder der Pöppel gar nicht rauf. Macht ja nichts. Ich habe ja eine Version ohne Pöppel, dann ist das mir egal. Wie ist es denn? Ist es zu solitär wie alle Flip and Roll and Ride Spiele? Nee. Also das ist halt so, ich finde solitär in dem Sinne ist weder ein Positiv noch ein Negativkriterium. Also wenn es zu einem Spiel passt, dann, ja, dann mache ich halt mein eigenes Ding und am Ende guckt man, wer es besser gemacht hat. Und bei manchen Spielen ist halt cool, dass du Interaktion hast. Also ich finde, das ist halt immer schwierig als Bewertungskriterium zu nehmen. Das hast du sehr schön gesagt. Dann widmen wir uns jetzt dem Spiel, was auf jeden Fall nicht solitär ist, nämlich ein, Zitat, oder eine, Zitat, erhellende Selbsteinschätzung für vier bis acht Personen ab acht Jahren von, wir haben ihn eben schon erwähnt, Kaspar Lapp ist bei Repos Productions erschienen, Fun Facts, ein ganz großartiges Spiel, dachte ich, bis Peter mich, ja, erhellt hat, erleuchtet hat. Es tut mir echt so ein bisschen leid, weil ich hab das Gefühl, ich krieg hier so langsam die Kritikkeule auf den, weiß ich auch nicht, auf den Kopf geschnallt. Und du hast das jetzt auch schon öfter erwähnt und meine Meinung hat sich auch nicht geändert und ich weiß gar nicht, hab ich auch noch mal, ich will eigentlich gar nicht noch mal ausholen, ich find das Spiel einfach nicht gut, ich find das ist kein Spiel fertig. Vielleicht erzähl ich mal, wie ihr das findet. Oder Vera, hast du es gespielt? Nee, ich bin auch zwiegespalten, ob ich es spielen will. Aber ich habe es gespielt. Erzähl. Ja, ja, klar, große Überraschung. Ich hab was gespielt. Ich hab das schon richtig oft gespielt. Und es kam in allen Runden gut an. In den sechs, sieben Runden kam es gut an. Und an einem Abend in einer Runde mit sieben Leuten haben wir das, glaube ich, fast zwei Stunden lang gespielt. Und es gab keine Kritik. Es war, äh, ja, sehr unterhaltsam. Natürlich ist es auch so, ähm, da waren Leute dabei, die kannten sich schon sehr lange in dieser besagten Runde und welche, die kannten sich noch gar nicht. Das hat natürlich ein bisschen zu Schwierigkeiten geführt, weil man den anderen, wenn man ihn gar nicht kennt, nicht einschätzen kann. Ich würde eher sagen, grundsätzlich ist es besser, man spielt das, wenn man sich schon etwas kennt, dann kann man dieses, ist dieser Reiz eher gegeben, den anderen einzuschätzen. Ähm, ich kann aber durchaus verstehen, was Leute, also, Peter kann ja gleich mal nochmal erzählen, was ihn daran stört. Erzähl's mir einfach nochmal, da kannst du dich nochmal ausprobieren. Ich mach das gern für Peter, dann muss er das. Oder Johannes. Ich lass Johannes erstmal vor und dann schauen wir mal, ob ich da noch was zu ergänzen hab. Ja. Erzähl mal, dann kann ich ja dagegen halten. Oder auch nicht. Ne, ich glaube inzwischen einfach, weil ich hab das, glaube ich, jetzt in zwei oder drei Konstellationen gespielt und alle hatten erstmal Spaß. Also, ich würde sagen, das ist ein, ein, ein Spiel, was Spaß erzeugt, wo ich aber sagen würde, ich weiß gar nicht, ob das an dem Spiel liegt oder ob das einfach an den Gruppen liegt, die zusammen Spaß haben. Also, ich würde zum Beispiel sagen, ähm, es gibt andere Partyspiele, die auch Spaß machen, wo ich sagen würde, das sind aber die besseren Spiele. Auch wenn vielleicht alle Konstellationen zusammen Spaß haben können. Das klingt irgendwie ein bisschen absurd. Aber was ich, was mir zum Beispiel bei Funfacts aufgefallen ist, diese, die Jury bezeichnet das jetzt ja hier als erhellende Selbsteinschätzung, die ist zumindest in meinen Konstellationen wenig eingetreten. Natürlich gab's mal diese Momente, wo einige dann so, wow, ah, okay, du, du denkst so darüber. Das gab es ab und zu. Aber in der Regel hat diese Punktewertung diesen Prozess bei mir immer kaputt gemacht. Das liegt vielleicht auch an den Gruppen, die dann zu Punkte fokussiert waren. Aber diese Wertung hat dazu erzeugt, dass die eigentlich spannende Gespräche, die dann entstehen müssten, nicht entstanden sind beziehungsweise unterbrochen wurden, weil irgendwer gesagt hat, oh, jetzt müssen wir auf die Punkte gucken. Und das fand ich super blöd. Und das Größte, den größten Kritikpunkt, den ich ehrlich gesagt habe, ist die Fragenqualität, die ich super schwankend finde. Das ist natürlich immer schwierig. Wie macht man das? Aber ich finde, einige Fragen sind einfach zu banal. Und es gibt andere Fragen und das ist, finde ich, ein bisschen schwierig. Das hatten wir auch, glaube ich, finde ich, bei der Spiel, wir haben es ja abends bei der Spiel gespielt, Peter, richtig? Genau. Es gibt Fragen, die, finde ich, A, dazu führen, dass bestimmte Personen sich unwohl fühlen und vor allem, die irgendwie dazu führen, dass Leute bestimmte Vorurteile gegenüber anderen Personen haben. Sei es irgendwie, keine Ahnung, aber das ist eine Person ab einem gewissen Alter, natürlich ist die irgendwie unsportlich oder sowas. Das finde ich super blöd, weil in so einem Partyspiel, da möchte ich, dass sich alle wohlfühlen. Und wenn dann irgendwie eine Person denkt, okay, ich bin irgendwie älter als der Durchschnitt in der Gruppe, natürlich werde ich, keine Ahnung, nicht so weit springen können oder whatever. Also irgendwelche sportlichen Fragen in die Richtung, das erzeugt dann das, also ich finde, das macht so ein blödes Gefühl in der Gruppe. Und das, selbst wenn das niemand so meint, ich finde, das erzeugt irgendwie so eine blöde Stimmung. Und das finde ich richtig blöd an diesem Spiel. Da würde ich einfach sagen, da ist einfach die Verklagsarbeit, was die Fragen angeht, das ist nicht gut gewählt gewesen. Weil ich fand heute häufiger Fragen, auch wenn ich da nochmal durchgeguckt habe, wo ich einfach gefragt habe, das sind einfach blöde Fragen. Wobei wir uns dann darauf geeinigt haben, die gab es auch, dass wir die weglassen. Wir haben abgemacht, die sind alle mit der Frage fein. Dann sagte irgendwer, nee, finde ich uncool. Und dann sind wir einfach zum Nächsten gegangen. Ja, aber das allein ist ja ein Problem. Weil dann würdest du, in keinem Euro würdest du sagen, ach nee, diese Ereigniskarte lassen wir mal raus. Die gefällt uns nicht. Ah nee, die mischen wir jetzt. Also weißt du das? Ja, also. Das stimmt, ja. Aber voll cool sozusagen, Lavinia führt deine Gruppe. Weil ich finde, genau so muss es auf jeden Fall gemacht werden fürs Gruppenerlebnis. Aber sozusagen fürs Spiel finde ich es einfach schade und da irgendwie, weiß nicht, verschenktes Potenzial. Weil ich finde, die grundsätzliche Idee, dieses Einschätzen und dieses Sortieren, finde ich super spannend. Aber irgendwie, ja, frustriert mich dann das Ergebnis des Spiels. Ich glaube, nach wie vor mein Grundproblem bei Funfacts ist, dass es eben als Spiel tituliert ist und es ist für mich einfach kein Spiel. Ich versuche das jetzt nochmal zusammen zu kriegen. Warum eigentlich? Ich finde, genau was ihr sagt, diesen Austausch über irgendwelche, sich über Sachen zu unterhalten, die anderen so ein bisschen einzuschätzen, total lustig. Ich finde, genau, die Fragenqualität ist miserabel. Ich habe in allen Runden, die ich es gespielt habe, gab es Diskussionen über die Frage. Was bedeutet das? Das macht irgendwie so ein Spielfluss kaputt die ganze Zeit. Und es macht überhaupt keinen Spaß, wenn du dann eigentlich nur ein Spiel spielen willst, dann diskutieren da drüben aber zwei Leute, dann dauert es wieder 20 Minuten, bis dieses Ding da liegt und so. Also ich finde, das hat den Spielfluss komplett zerstört jedes Mal. Und ich kriege es gar nicht mehr so richtig hin. Also es macht, es ist einfach ein nettes Beisammensein, wir trinken Bier und erzählen uns Fakten, aber ich brauche da keinen Spielstempel darüber, glaube ich. Das ist, glaube ich, mein Problem, dass man dann sagt, wir brauchen eine Wertung, wir müssen Punkte damit machen, wir müssen uns irgendwie einordnen, was genau Johannes auch gerade gesagt hat, das führt tatsächlich zu seltsamen Vorurteilen, zu seltsamen Urteilen. Ich finde aber auch zum Beispiel, diese Gruppengröße ist auch ein Problem, weil ich kriege teilweise auch wirklich die Fakten nur mit von den Leuten, die um mein Plättchen herum liegen. Mit denen diskutiere ich vielleicht, aber über dieses ganze Spiel, das stimmt halt eben auch nicht. Also es gibt ganz viele kleine Klüngelchen, die sich dann austauschen und Sachen machen. Also es funktionierte für mich hinten und vorne nicht. Ich glaube, wenn man die Regeln ändern würde, dass vielleicht nur einer von allen das legt oder keine Ahnung. Also ich sammle eure Plättchen ein und sortiere die dann hin und dann muss ich beschreiben, warum ich das da hingelegt hätte. Das würde schon mal was ganz anderes machen, weil dann würde die Aufmerksamkeit immer bei einer Person bleiben. Das würde dann ein ganz anderer Austausch vielleicht stattfinden. Dann wäre es vielleicht mehr Spiel. Vielleicht auch nicht. Du möchtest eigentlich, dass das Spiel mehr ist wie Top Ten? Nee, vielleicht. Ja, doch, vielleicht schon. Also es ist mir tatsächlich zu wenig Spiel. Ich glaube, das ist die Hauptkritik. Es ist zu wenig Spiel und dann ist die Qualität auch noch so, dass sie nicht eindeutig ist, leider. Der Vorteil an dem Spiel ist, finde ich, wenn man es jetzt als Spiel bezeichnen wollen würde, es geht relativ schnell zu erklären. Also man hat keine fünf Stunden, ich weiß, ja, ja, die Kritik ist total berechtigt, würde ich auch zustimmen. Aber was ganz gut geht, es ist locker, also es sorgt für Gesprächsstoff, es geht relativ schnell erklärt und ich fand, es kamen alle sehr gut rein. Also man musste nicht tausend Rückfragen stellen, sondern das waren, man hat es kurz besprochen, worum es geht und dann waren alle relativ schnell da drin und haben gesagt, ach, noch mal, ach, noch mal, eine Frage, noch, noch eine Frage, noch eine Frage. Aber die Kritik kann ich schon nachvollziehen. Also es gibt bestimmt Spiele, die mehr Inhalt haben, auch als Partyspiel. Ich habe mal irgendwo, ich weiß vielleicht nicht mehr, wo es war, eine Definition oder eben auch ein Unterschied zwischen Spiel, also zwischen Spiel und Beschäftigung gehört. Und das, finde ich, trifft hier eben den Nagel so ein bisschen auf den Kopf. Alter, ich liebe ja Phrasen. Das hier ist halt, finde ich, irgendwie eine Beschäftigung und kein Spiel. Und darum, finde ich, ist es einfach falsch, auch in diesem Bereich. Es ist halt irgendwie eine super Beschäftigung, wahrscheinlich, wenn du mit Freunden und da mit deinen, also in der richtigen Runde zusammensitzt, dann macht das super Spaß und man hat eine gute Zeit, man lernt vielleicht noch Sachen über Leute kennen, aber es ist für mich einfach kein Spiel. Ich bin gerade und überlegen, ob das vielleicht als Baukasten einfach ohne die Fragen besser gewesen wäre, dass die Gruppe sich die Fragen selber ausdenkt. Dann wäre es, also dann wäre es, würde ich sagen, gar kein Spiel mehr, weil dann ist es sozusagen, weil das sind ja nur noch diese Plastikchips und die Stifte und alles andere macht man selber. Aber ich weiß nicht, ob das vielleicht sogar besser gewesen wäre, weil dann kannst du es auch anpassen. Also ich meine, diese Idee oder dieses grundsätzliche Konzept bietet sich ja sowohl natürlich für private Ideen an, aber das kannst du, das könntest du in kleineren Schulgruppen machen, das kannst du in einem beruflichen Kontext machen irgendwie so, wenn Teams sich bilden oder kennenlernen. Also da gibt es ja unzählige Möglichkeiten, das irgendwie einzusetzen. Ich weiß nicht, ob es dafür, vielleicht bin ich da ein bisschen bei dir, Peter, dass es sozusagen für alle möglichen Situationen irgendwie gut als Beschäftigung und zwar auch, also ganz wertneutral, also nicht, dass irgendwie Beschäftigung weniger wert sei als Spiel, aber dass es dafür vielleicht besser aufgehoben ist. Ja. Also wenn es euch tröstet, ich glaube auch nicht, dass es Spiel des Jahres wird. Kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube, erstens ist dafür der Konkurrent zu stark, über den es ja gleich auch noch gehen wird, aber also das kann ich mir nicht vorstellen. Es wird mit Sicherheit nicht Spiel des Jahres. Dafür ist es tatsächlich zu wenig Inhalt. Und die Frage wäre dann natürlich auch, ob sowas wie Wehrwolf auch ein Spiel ist. Wisst ihr, was ich meine? Dass nicht auch dann eine Beschäftigung wäre. Finde ich fast spannend, ob wir das vielleicht mal in einem anderen, vielleicht in einem anderen Podcast tatsächlich uns mal damit auseinandersetzen. Wann ist ein Spiel überhaupt ein Spiel? Ja. Aber da muss ich, Lawinia noch mal unterstützen, in allen Runden, größtenteils, abgesehen von den etwas blöden Momenten, hat das allen Spaß gemacht. Also es erfüllt als Partyspiel, glaube ich, schon erst mal als Ergebnis größtenteils die Funktion, dass die Runde Spaß hat. Ob das unbedingt am Spiel liegt und ob das, glaube ich, mit einer besseren Verlag, also redaktionellen Überarbeitung noch besser gewesen wäre, glaube ich schon. Aber ich hatte keine Gruppe, wo es nicht funktioniert hat. Aber es ist auch immer mal wieder nicht nur gruppenabhängig, sondern auch spielerInnen anzahlabhängig. Ich glaube, das ist ja, wie viel steht denn auf der Box? Vielleicht auch vier bis acht? Ich weiß es nicht. Die Spiel-des-Jahres-Jury passt das ja immer ein bisschen an, wenn sie der Meinung sind, dass das nicht so passt. Johannes, hast du das schon mal zu zweit mit Rebecca gespielt? Wie war das? Nein, das habe ich nicht zu zweit gespielt. Ich bin gerade tatsächlich auf der Seite von Asmodee, auch da steht vier bis acht Personen. Also das musst du auch mindestens zu viert machen. Das macht schon zu dritt keinen Sinn. Also mindestens zu viert. Es gibt ja auch solche Spiele in Anführungsstrichen wie Gesprächsstoff. Also sowas in die Kategorie würde ich das einordnen. Es bietet einfach Anlass zu Gesprächen. Welcher Qualität die dann sind, mag dahingestellt sein, aber es bietet Anlass zum Austausch. Und ich finde es zum Beispiel meilenweit besser als Links-Rechts-Dilemma, was ja auch, das ist auch in diesem Jahrgang erschienen, was ich von der Idee her super spannend fand, wo man immer so Entscheidungen trifft, was aber durch so wirklich so einen unglaublich ätzenden pubertären Humor und durch so ein ganz ätzendes Spiel geworden ist. Das habe ich einmal in der Gruppe ausprobiert und alle haben gesagt, die Idee ist super lustig mit den Entscheidungen treffen. Also man macht so einen Entscheidungsbaum quasi und überlegen alle, wo die Person landet und dann erklärt man das. Aber durch die Fragenqualität war es ein absoluter Reinfall. Das würde ich hier nicht sagen, dass das ein absoluter Reinfall ist. Ich finde einfach nur, ja. Also ich kenne ehrlich gesagt auch niemanden mehr, der das noch spielt. Das muss ich auch nochmal dazu sagen. Da würde ich zustimmen. Also das ist inzwischen, jetzt habe ich das überall einmal mitgebracht, wo es interessant war, aber danach haben wir es jetzt nicht nochmal gemacht. Es ist tatsächlich auch so eine Einmalsache, ja. Also niemand hat danach gesagt, das müssen wir jetzt beim nächsten Mal unbedingt nochmal spielen. Das würde ich auch, würde ich auch unterschreiben, ja. Aber das gilt ja vielleicht nicht für das dritte nominierte, nominierte Spiel. Es ist schon etwas spät. Ein, Zitat, idyllisches Legespiel für ein bis sechs Personen ab acht Jahren von Michael Palm und Lukas Zach bei Pegasus Spiele erschienen, nämlich die Lizenz, die Brettspielumsetzung eines mehr oder weniger bekannten Computerspiels. Dorfromantik, das Brettspiel. Lavinia hat es schon ein bisschen angedeutet. Alle sagen, das wird sowieso Dorfromantik gefühlt. Ich wette dagegen. Warum? Also als ich mitgekriegt habe, dass auf der Messe Dennis Johannes ganz nervös gefragt hat, ob er ihm eine Dorfromantik sichern kann, ob er ihm eins sichern konnte, da habe ich schon die ersten Spiel des Jahres Vibes verspürt. Die hat man auch von Anfang an verspürt und die verspürt man auch bis heute. Es ist so ein bisschen so der obvious choice, also das ist tatsächlich so der Titel, von dem glaube ich also 89, 80 Prozent, sage ich mal. Das ist eine fundierte Zahl, die habe ich recherchiert, davon ausgehen, dass es gewinnen wird. Ich bin dagegen, ich finde, dass er heute nicht gewinnen. Zum einen, also anders, ich mache mal mit Kritik weiter, das liegt mir heute, da habe ich richtig Bock drauf. Ich merke glaube, ich bin mit diesem Spielejagen einfach nicht so richtig happy. Ich glaube, ich habe nicht so die richtige Liebe. Ich finde es einen fantastischen Jagen, um das schon mal vorwegzunehmen, aber es ist nicht so die tiefe Liebe da wie in anderen Jahrgängen. Dorfromantik, also ich finde es erstmal geil, dass es diese Umsetzung gibt. Ich finde, es ist einfach so ein Indie-Computerspiel, was ich mir auch nur angeguckt habe, weil es jetzt ein Brettspiel gab. Ich finde das Brettspiel besser als das Computerspiel aus Gründen. Nein, also der Hauptgrund ist, ich finde es schön, ein definiertes Ende zu haben. Das fühlt sich immer befreiender und belohnender an, als wie ich im Computerspiel spiele ich immer weiter, bis ich scheitere. Das finde ich ein richtiges Kackende. Also ein Spiel zu beenden, weil ich gescheitert bin, ist halt nicht belohnt und ist nicht positiv. Das habe ich im Brettspiel eben nicht. Es ist ein geiles Puzzlespiel, man wird besser, man schaltet Sachen frei. Das ist super cool. Meine Hauptkritik an diesem Spiel ist einfach, ich habe es jetzt seit, weiß ich nicht, drei Monaten nicht mehr gespielt. Ich habe keinen Bock, das rauszuholen und wieder zu gucken, was habe ich gerade freigeschaltet? Wo stehe ich gerade in dieser Kampagne? Muss ich wieder von vorne anfangen? Habe ich die eigentlich durchgespielt? Was macht dieses Plättchen? Welche muss ich rausnehmen? Also ich habe keine Lust, meinen Status Quo abzufragen und rauszufinden, was mache ich da gerade? Und das sehe ich als Riesenproblem, wenn ich nur puzzeln würde, weißt du, ohne was freischalten, ohne neue Sachen rein. Voll geil. Und dann einfach nur eine Highscore-Jagd mit der Familie, man sitzt zusammen, keine Ahnung, trinkt Kakao und Wein oder was auch immer man so trinkt heutzutage und puzzelt dieses Ding. Geil. Und dieses Belohnende, der Box aufmachen, verstehe ich ja auch, weil es an dem Computerspiel angelehnt ist, das ist ja auch total geil, das macht total Bock. Aber es hat halt eine Riesenhürde, es wieder aufzunehmen. Und ich glaube, das geht Familien nicht. Oder also, Familien sage ich immer. Ihr wisst, was ich meine. Die klassischen wenig SpielerInnen, die ein Spiel des Jahres Titels aus dem Regal ziehen und das kaufen, weil da der Pöppel drauf ist. Ich glaube, denen geht es ähnlich. Ich glaube, die haben ein gleiches Problem, dass sie nach drei Jahren das Spiel wieder rausziehen und dann, wie war das nochmal? Müssen wir jetzt was erstmal sortieren? Und so. Keine Ahnung. Also das ist so mein Bauchgefühl, das sagt mir irgendwie, das ist eigentlich eher scheiße. Das Spiel an sich ist super, man will die Kampagne in einem Atemzug beenden und dann wieder selbst sortieren und von vorne anfangen. So, bitte. Vera, was hast du denn dazu? Ist das Spiel, so wie Peter gesagt hat, eher scheiße? Moment. Nein. Also scheiße finde ich es nicht. Also ich mag auch das Computerspiel. Ich bin da eher so der Fan von, dass es eben immer weiter geht und eben nicht dieses definierte Ende hat. Hab mich auch auf die Umsetzung gefreut, also auf die Brettspiel-Umsetzung. War da jetzt nicht so hyped wie andere, aber wollte es mir auf jeden Fall auch angucken. Wir haben es auch ein paar Mal gespielt. Es hat auch Spaß gemacht, vor allem wenn man halt dann so ein bisschen vergleichen kann, wie ist es halt auf dem PC, wie ist es dann auf dem Brett. Wir waren auch immer ziemlich erfolgreich, wenn wir es gespielt haben. Aber dann haben wir seinen geräumt, in den Schrank geräumt und da steht es. Und da kommen, also ich weiß jetzt nicht, ob es Thorsten da genauso geht, aber ich komme dann an das gleiche Problem, was auch dann Peter hat, wo ich mir denke, boah nee, jetzt hole ich das Spiel raus und muss mich erstmal, keine Ahnung, 10 Minuten, 20 Minuten orientieren, also so stelle ich mir das vor. Was habe ich freigeschaltet? Was muss ich noch freischalten? Also welche Aufgaben habe ich? Welche habe ich schon gelöst? Wo stehe ich jetzt eigentlich? Und was können denn nochmal diese Sonderfähigkeiten, die man noch freischaltet, was ist das jetzt nochmal? Und ich glaube, dass es bei mir auch zumindest im Kopf so ein bisschen ins Hindernis ist, das Spiel jetzt wieder rauszuholen. Hätten wir uns damals hingesetzt und hätten gesagt, wir lassen das einfach aufgebaut und gut ist. Hätten wir das glaube ich auch sicher durchgespielt, weil es macht wirklich viel Spaß und es ist sehr beruhigend. Es hat so ein bisschen was Zen-artiges, sich diese Landschaft zusammen zu puzzeln. Wir spielen es halt nur zu zweit, dann hast du nicht dieses Problem, dass da viele Leute irgendwie noch auf dich einreden. Ja, jetzt habe ich vergessen und darauf hinaus wollte. Fakt ist auf jeden Fall, am Ende hätten wir es wirklich in einem Stück mal durchgespielt oder aufgebaut gelassen. Hätten wir es mit Sicherheit durchgespielt, weil es wirklich viel Spaß macht. Aber so habe ich auch so ein bisschen das Problem, was Peter beschrieben hat. Dass es halt jetzt im Schrank steht und ich meine, ist eine schöne Spielschachtel. Aber die steht halt da. Auch Mais City übrigens, ne? Inspiriert. Vielleicht ist das allgemein Problem von so Kampagnen spielen, auch wenn man ja sagen muss, Dorfromantik kann ja theoretisch auch außerhalb dieser Kampagne jederzeit gespielt werden, sei es irgendwie in der Grundversion oder halt mit allem, was du freigeschaltet hast. Ansonsten bin ich auf jeden Fall, glaube ich, bei euch. Das ist auch dieses typische Serienproblem. Du hast irgendwann mal drei Staffeln geguckt und dann weißt du nicht mehr, wo du aufgehört hast und steigst dir gar nicht mehr ein und guckst gar nicht mehr weiter. Ein sehr schöner Vergleich, Johannes. Ich habe Lost bis heute nicht zu Ende geguckt, weil ich irgendwo zwischen Staffel drei und vier ausgestiegen bin und nicht mehr weiß, wo ich war und ich habe auch keinen Bock, da jetzt nochmal wieder reinzugucken. Aber, was wollte ich sagen? Genau, ein riesiges Problem und da würde ich einfach sagen, hat Pegasus-Spieler als Redaktion einfach versagt, wirklich was diese Kennzeichnung der freigeschalteten Plättchen angeht. Das ist so ein verschenktes Potenzial, das nicht zu kennzeichnen und es wäre so einfach gewesen. Für jede Box irgendwie ein, und man hätte das ja, man muss ja nicht mal eine Zahl machen, weil es ist sehr doof aus. Man hätte für eine Box irgendwie einen Vogel machen können, für eine andere Box hätte man einen Fuchs auf den Dings machen können, damit sofort sichtbar ist, was wohin gehört. Das gibt es überhaupt nicht. Das ist so blöd. Also das ist wirklich einfach redaktionell Mist. Aber das gleiche Problem hast du ja auch mit den Karten, die du quasi hast und aber nicht weißt, ob du die schon erfüllt hast oder nicht. Und gerade wenn man eben Boxen nicht sauber lagert, sondern vielleicht auch mal umzieht oder sie eben womit hinnimmt, dann schütteln die ein bisschen hin und her und dann holt man dieses Spiel raus und hat Karten, die man eventuell schon erfüllt hat oder nicht, je nachdem auf welcher Seite sie liegen. Und da muss man sich dann überlegen, habe ich das eigentlich schon geschafft? Dann sucht man das Plättchen. Gibt es da überhaupt ein Plättchen? Habe ich das schon? Ah, das ist noch, da habe ich es wohl nicht geschafft. Und da hätte es zum Beispiel auch geholfen, einfach Sleeves dazu zu tun oder ähnliches, wo man die Karten reinsleeft und einfach weiß, wie ist die Orientierung. Also ich bin jetzt genauso rum wie du. Es ist nicht komfortabel in dem Wiederaufnehmen. Voll. Habt ihr das Spiel denn schon mal mit mehr als zwei Leuten gespielt? Nein. Ich nicht. Ich habe aber schon und aber bis jetzt glaube ich tatsächlich nur von Jurymitgliedern gehört, dass es auch in großer Runde viel Spaß macht. Ja, ich auch nicht. Ich habe es auch schon mal gesehen, dass es gespielt wird in großer Runde. Ich habe auch so beim Zugucken das Gefühl gehabt, dass alle Spaß haben. Aber es war dann auch jedes Mal mit anderen Leuten. Es wurde dann auch ein paar Mal auf den Tisch gepackt an verschiedenen Spielerabenden immer wieder. Das hat auch keinen schlechten Eindruck gemacht. Ich glaube aber, dass es halt einen riesen Alpha-SpielerInnen-Problem hat dann. Ja, ich glaube, die Anleitung sagt am Ende, dass die Person, die halt dran ist mit Plättchen legen, das Sagen hat sozusagen. Und wenn die sich halt entscheidet, das anders zu machen, als der Rest der Gruppe sagt, so wäre am besten. Also muss einfach die Person das, also darf das selber entscheiden. Aber trotzdem, also ich habe das, ich stelle es mir schwierig vor, wenn du halt da wirklich so ein Alpha-Leader dabei hast, wo jemand sagt, ja, das ist jetzt das Nonplusultra und ja, man kann es auch irgendwo anders anlegen, aber dann ist es halt scheiße, weißt du, so in die Richtung. Könnte schwierig werden. Ich habe es jetzt auch schon ein paar Mal beobachtet, dass das mit mehr Leuten gespielt wurde. Und da hängt das, glaube ich, einfach stark von den Leuten ab. Wenn die das wirklich miteinander spielen, ist das bestimmt cool, wenn jeder so ein bisschen seine Meinung sagen kann. und am Ende ist quasi alles okay, was gemacht wird, kann das ein gutes Spielerlebnis sein. aber, also ich glaube, solo oder zu zweit ist es, glaube ich, eigentlich am besten, würde ich sagen. Ich habe mal eine Frage. Darf ich? Ich als diejenige, die das noch nicht gespielt hat, was ist besser, zuerst zu spielen? Erst das PC-Spiel oder erst das Brettspiel? Ich glaube, du brauchst das PC-Spiel einfach nicht spielen. Das ist halt, es hilft dir vielleicht zu verstehen, was du im Brettspiel machst oder andersrum, aber das ist wirklich egal. Du brauchst das einfach nicht. Spiel das Brettspiel, du bist Brettspielerin. Auch wenn sich das PC-Spiel schon sehr brettspielig anfühlt. Also ich glaube, wenn du, egal welches du zuerst spielst, es hilft dir für die andere Variante, weil du halt einfach einen Blick bekommst und weißt, okay, es liegt jetzt vielleicht hier gerade nicht so schlau, aber in Zukunft, es gibt so und so Plättchen, die kann ich dann da und da einordnen und schon habe ich viele Punkte gemacht. Ich glaube, die profitieren dann sozusagen voneinander, was das Spielen angeht, aber mit was man anfängt, ist eigentlich, also egal und es braucht beides nicht das andere, so zu sagen. Genau. Und ich finde auch, was wir auch noch hier wieder nicht erwähnt haben, das hier ist so ein Spiel, wenn man das gespielt hat, guckst du dir an, was du gebaut hast und bist halt happy. Du hast dir einfach irgendwie so eine Landschaft aufgebaut, denkst so, geil, das ist total toll. Das ist wie früher, so Siedler auf dem PC oder so. Also man baut sich da wirklich diese Dorfromantik hin, wobei ich nicht genau weiß, was das eigentlich ist. Aber das ist halt wieder toll, das sieht schön aus, das ist ein gutes Plättchen, das macht Bock, man freut sich irgendwie über seinen Fluss, der da langfließt und wo dann der Wald ist und wo die Häuser stehen und so. Und das Spiel an sich ist wirklich, wirklich gut. Also ich glaube, das haben wir hier auch alle drei bestätigt, dass uns das Spiel an sich gefällt und eher ein Problem haben mit dem, was dazukommt, oder? Also dieses Wiederaufnehmen, die Umsetzung der Kampagne. Also es ist ein Spiel, ich glaube, das haben wir schon mal so bezeichnet, es ist Hügge, oder? Ja. Dieses schöne Wort für Gemütlichkeit. Wer man erst mal im Spiel ist, auf jeden Fall. Deswegen weiß ich auch gar nicht, ob dieses Alphaplayer-Ding so ein Problem, also natürlich kann das ein Problem sein mit bestimmten Leuten, aber ich glaube, Dorfromantik soll gar nicht so ein Spiel sein, wo das ein Problem ist. Weil anders, glaube ich, als in anderen kooperativen Spielen, wo es ja wirklich um jede Entscheidung geht, könnte man hier jetzt, also polemisch könnte man eigentlich sagen, dass jede Entscheidung egal ist, weil du kannst ja nicht verlieren, was ja irgendwie unglaublich eine spannende Idee ist, weil du hast ja immer irgendein, also man spielt vor sich hin, hat dann am Ende einen Highscore-Wert und mit dem Ergebnis streicht man dann auf dem Kampagnenbogen, je nachdem wie viel man gemacht hat, ab. Das heißt, das Spiel endet einfach irgendwann und dann hat man ja nicht verloren und man hat auch nicht gewonnen, was ich irgendwie spannend finde, weil im Multiplayer-Spiel ist das ja sonst nie der Fall. Also entweder ... Spielt das viel belohnender. Genau, und ich glaube, dieses Dorfromantik, dieses Zen-Art, ich glaube, man soll einfach, vielleicht ist das auch einfach ein Spiel, was zur Beschäftigung führt, weil du einfach nur vor dich hin puzzelst, ohne vielleicht großes Ziel zu haben. Natürlich möchtest du irgendwie den einen Auftrag erfüllen und dann den nächsten. Und ich glaube, es gibt Leute, die spielen das ultra auf sozusagen, das versuchen zu optimieren, aber ich weiß gar nicht, ob das das Ziel des Spiels ist. Und vielleicht auch nicht für die Zielgruppe Spiel des Jahres, ob die nicht auch einfach vor sich endümpeln. Nee, 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 das haben wir ja anders definiert. Das sind ja nicht die Dümpelspieler, das ist ja das Spiel für alle. Das meine ich gar nicht negativ. Also sozusagen als, was für einen Anspruch hat man, haben vielleicht Leute, die nicht so viel spielen, an dieses Spiel. Das werden wahrscheinlich nicht die Leute sein, die wie beim Skat alle Karten mitzählen und hier jedes Plättchen mitzählen und wissen, okay, in den zehn Plättchen, die da noch liegen, muss noch das grüne Plättchen sein, was bis auf einen Rand komplett Wald ist. Ja, okay, das stimmt. Ich finde aber auch faszinierend bei Dorf Romantik, dass man automatisch besser wird, ob man will oder nicht. Also wenn man ein paar Partien gespielt hat, weiß man auf einmal, welche Plättchen noch kommen könnten oder welche es gibt und überlegt sich so ein bisschen, wie man das puzzelt. Und das macht man nicht aus, also ich mache das nicht aus dem Aspekt heraus, dass ich es optimieren will, sondern weil ich es einfach verstanden habe und weiß, was ich kenne und nicht. Und andererseits, um jetzt wieder den Bogen zu schließen, ist das genau die Kritik. Jetzt habe ich es wieder zwei Monate nicht gespielt, jetzt ist dieses Wissen weg. Jetzt fange ich wieder bei null an und das ist, glaube ich, dann wieder frustrierender. Beziehungsweise, so wie Vera sagte, das ist auch so ein Grund, der mich daran hindert, es überhaupt rauszuholen. Weil ich weiß, ich muss jetzt eine Partie spielen, die puzzle ich von mich hin, die macht vielleicht auch Spaß, aber das ist eigentlich wieder eine Lernpartie. Also Leute, fangt an, Dorf Romantik zu spielen und hört einfach nicht auf, dann ist alles gut. Genau. Immer weiter spielen, immer weiter. Kauft euch, wenn ihr es durch habt, ein neues Spiel, habt ihr mehr Plättchen, haut nur die Plättchen da rein und baut weiter. Also für die Leute, die tatsächlich das Videospielgefühl haben sollen, die sollten einfach tatsächlich das wirklich machen, die sollten einfach sich zehn, nee, das ist dazu auch irgendwie absurd. Es gibt was wahrscheinlich bei Amazon im Abo, dass man so alle drei Wochen oder zwei Wochen, je nachdem wie schnell man ist, ein neues zugeschickt bekommt, wenn das alte aufgebraucht ist. Ich meine, das Erweiterungspotenzial ist ja immens. Sei es auf der optischen Ebene, dass man Jahreszeiten oder andere Gefilde irgendwie darstellt, aber natürlich auch mehr Kampagnen und sowas. Ich meine, das Ding ist ja jetzt sehr so schön erfolgreich. Ich gehe mal davon aus, dass da mehr kommt. Ich glaube, ich würde davon super gerne eine Legacy-Variante sehen, wo man tatsächlich Plättchen wieder rausnimmt oder wirklich dauerhaft verändern kann. Das finde ich, glaube ich, sehr, sehr schön. Mhm. Und wir sind wieder beim Schweigen. Niemand kann ihr widersprechen. Ja, spricht sonst noch irgendwas Gegendorf-Romantik, dass es Spiel des Jahres wird? Ja. Spieltechnisch garantiert nicht. Ich möchte, dass Next Station London gewinnt. Das spricht dagegen. Aber ich weiß nicht, wie realistisch das ist. Ich glaube, wir haben, als wir über die Nominierten gesprochen haben, das auch schon mal erwähnt, oder ich habe das wahrscheinlich schon mal erwähnt. Ich glaube, Dorf-Romantik braucht diese Werbung nicht. Ich glaube, das ist ein Titel, das, wenn es in irgendeinem Kaufhaus steht oder in Brettspielläden oder wo auch immer, durch den Namen allein schon Aufmerksamkeit generiert in einer gewissen Zielgruppe und eben auch mit Pegasus dahinter einfach einen großen Verlag hat, der das eh pushen wird weiterhin. Natürlich ist der Purple noch mal ausschlaggebend, ist schon klar, aber Dorf-Romantik wird, glaube ich, so oder so weiterhin den Weg in die Spielerschaft bringen oder Leute zum Spielen bringen. Du möchtest sozusagen einem anderen Spiel den Underdog-Bonus verleihen? Ja, den sowieso, aber ich bin auch für Next Station London und ich finde, es ist das bessere Spiel. Uh, spannend. Und du, Johannes? Also, Funfact sollte meiner Meinung nach nicht gewinnen, weil das trotz des Spaßfaktors einfach irgendwie, also, wenn wir jetzt nur die Verlagliche, die Verlagsarbeit hündigen, also, da hat sie im Kindstater, finde ich, am wenigsten Fehler gemacht, würde ich einfach mal sagen, weil das ist einfach flawless, was das angeht. Aber, ja, ich weiß nicht, aber Dorf-Romantik ist schon ein sehr, sehr schönes Konsensspiel, also auch im positivsten Sinne, ne, das ist ja gar nicht negativ gemeint und macht einfach unglaublich viel Spaß. Ich finde immer noch sehr, sehr lustig, dass, glaube ich, vor einem Jahr hätte niemand gedacht, das Dorf, also, ich glaube, es haben schon viele gedacht, dass auch Dorf, also gut, vor einem Jahr, ich weiß nicht, Dorf-Romantik da schon in aller Munde war, aber sozusagen nach der Ankündigung parallel wurde ja auch Nebel über Carcassonne angekündigt und alle haben gedacht, ob die sich gegenseitig ein bisschen irgendwie das Wasser abgraben, bis dann alle gemerkt haben, dass Nebel über Carcassonne ein ultra hartes Spiel ist, was sehr absurd ist, da überhaupt irgendwas zu gewinnen, also zumindest Rebecca und ich scheitern immer regelmäßig und das hat, ist auch zu Recht nicht hier bei den, bei der Spiel, beim Spiel des Jahres, taucht das nicht auf, weil das hier finde ich überhaupt nicht hingehört, auch wenn ich es gut finde, ja. Aber auf welchen Titel legst du dich denn jetzt fest? Achso, ja, Dorf-Romantik, bin da relativ, ist das jetzt unkreativ und, ja. Lavinia, wie ist es bei dir? Ich bleibe dabei, ich glaube einfach, dass es Dorf-Romantik wird, weil ich noch nicht so richtig viel Negatives darüber gehört habe, das ist wieder so eine Runde, das Ding, wie Cascadia letztes Jahr, ich weiß nicht, das sind so Spiele, die machen nichts falsch, per se. Entschuldigung, das haben wir doch gerade rausgestellt, was das falsch macht, also hast du uns nicht zugehört? Ja, ja, aber im engeren Sinne falsch, ne? Ja. Das sind jetzt keine gravierenden Mängel, das sind alles Sachen, die sind streitbar. Johannes sieht das ja größtenteilig ganz anders. Und wir müssen natürlich festhalten, es ist kein rundes Ding, sondern ein sechseckiges Ding, wie auch Cascadia. Ja. Genau. Ja. Nicht, dass das Spiel noch an der Quadratur des Kreises schneidet, scheitert. blab. Ach, schön. Du, es wäre auch ein total verdienter Titel, alles in Ordnung, werden wir nicht meckern, weil ich glaube, bei Fun Facts werde ich tatsächlich meckern, die anderen beiden sind cool, ich würde mich halt wirklich über Next Station London freuen, weil ich wirklich finde, dass es das bessere Spiel ist und ich eben auch immer denke, die letzten Spiele des Jahres, Titel sind immer einfacher geworden und ich auch, wenn du dir einen Titel aus den 80ern anguckst, da musste man Regeln verstehen und lesen und lernen. Vielleicht war die Zielgruppe nicht so breit, aber ich denke immer, meine Güte, die Menschen sind doch nicht komplett dumm, die kriegen schon eine Anleitung hin. Ich weiß, ich werde auch immer wieder vom Gegenteil überzeugt, aber trotzdem, das geht schon. Man muss die auch wieder dahin pushen, man muss das auch beibringen. Dann sind wir in zehn Jahren wieder da, dass eben so ein Spiel funktioniert. Ich würde auch behaupten, ich habe ja auch Next Station London noch nicht gespielt, das klingt für mich auch reizvoller, aber ich glaube, dass einfach Dorfromantik der anschmiegsamere Titel ist. Ja, vielleicht. Das müssen wir ja zum Glück nicht entscheiden, ne? Aber wir würden gerne, ne? Das anschmiegsamste Spiel des Jahres, finde ich auch eine spannende Kategorie. Touch it. Ja, oder hier dieses Fisch und Katz, Fisch und Tatz von Heidelberg, wo du dir so Katzenpfoten auf deinen Finger machst, da musst du so auf Karten draufdrücken und die Karten, die Pfoten sind ja aus Stoff halt, ne? Warum wird das nicht Spiel des Jahres? Ich weiß gar nicht, ich weiß gar nicht ehrlicherweise, ob das überhaupt schon raus ist oder ob wir das, doch, ich glaube, das kann man, kann man das kaufen? Ich weiß es nicht. Ich meine, Lavina und ich können ja auch nicht nachvollziehen, warum Hildes wilde Wäschespinne nicht beim Kinderspiel beachtet wird. Das ist mir bis heute ein völliges Rätsel. Das ist ja wohl das geilste Spiel aller Zeiten. Ich tippe mal, es wurde der Jury einfach nicht zur Verfügung gestellt. Das ist der einzige plausible Grund. Sonst hätte das instant den Sonderpreis gewonnen. Aber auf jeden Fall. Für das wildeste Spiel. Das wildeste und krasseste Spiel des Jahres. Das wäre eigentlich schön, wenn sie jedes Jahr irgendeinen verrückten Sonderpreis geben würden. Dann würde das hier aber an Bedeutung verlieren. Aber an Humor gewinnen. Das stimmt, das stimmt. Du meinst so ein bisschen diese, es gibt doch auch immer bei den, bei der Goldenen Himbeere, was ja so der Anti-Oscar ist, bei den Filmpreisen gibt es immer so ganz kuriose, ja, Nominierungen und Preisträger, dass dann irgendwie, da werden dann irgendwie die schlimmsten Filmpaare nominiert und da ist dann irgendwie sowas wie, keine Ahnung, Schauspieler und seine Frisur oder sowas wird genannt. Genau und geil. Aber es würde beim Brettspiel tatsächlich auch Aufmerksamkeit generieren, trotz allem, egal wie. Also, und wenn sie nicht nur Scheiße dahin machen, wenn man sich irgendwann durchsetzt, dass man weiß, die machen da schon auch Titel hin, die irgendwie geil sind und suchen sich auch eine lustige Kategorie dafür aus, das wäre schon cool. Also Peter würde dieses Jahr, er würde die Kategorie das nichtigste Spiel des Jahres einführen und das würde dann Funfacts werden. Das nicht, ja genau, das wenigste Spiel. Nein, nein, das nichtigste. In doppelter Hinsicht. Für dich. Das fand ich anspruchsamt schon sehr schön. Ja, es geht um das Spiel, nicht nur um den Titel, aber es geht einfach um das Spiel. Menschen lieben Romantik und romantisieren das besonders und das ist das romantisierendste Dorf, also die romantisierendste Art, ein Dorf zu errichten, von der ich je gehört habe. Vielleicht ist das eher ein grundsätzliches Problem an dem Spiel Dorfromantik, dass hier so das Dorfleben irgendwie völlig romantisiert wird, wo wir doch alle wissen, so toll ist es auf dem Dorf überhaupt nicht. Das führt jetzt zu weit. Dann bin ich ehrlich gesagt doch jetzt für Next Station London, um so ein bisschen die Großstadt zu zelebrieren. So, die Anonymität der Großstadt gegenüber dem piefigen Dorf. Ich entschuldige mich nicht bei allen, die auf dem Dorf leben. Peter. Ja, Peter. Ihr könnt es nicht lassen. Einfach nochmal nachdrehen. Vor allem hier ist ja nicht mal ein Dorf. Ja, nur weil ihr aus zwei Häusern besteht. Das war es ja, links und rechts. Nein, nein, Peter. Du bist das Dorf. Richtig. Ich meine, ihr seid immerhin zu dritt, ne? Ab wann ist man ein Dorf? Genau. Ab zwei. Ab zwei. Das könnte nochmal so eine Medienkampagne für irgendwie sozusagen für die Wertschätzung des Landes sein. Das Dorf ist, wo du bist. Entschuldigung, an dieser, hallo, an dieser Formulierung habe ich jetzt erstens die Urheberrechte und zweitens, während der Corona-Pandemie gab es eine Landflucht. Ich wollte es nur einwerfen. Und womit? Mit Recht. Gute Nacht. Ja, vielleicht. Wir sind völlig abgedriftet. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem irgendwie Spaß daran, dass wir über die nominierten Spiele gesprochen haben und ab und zu ein bisschen abgeschliffen sind. Ich finde unseren Zeitgeist auch richtig gut, dass wir so einfach sagen, so kurz vor der Bekanntgabe, aber so weit, also vor der Bekanntgabe des Gewinners oder, ja, aber so weit hinter der Nominierung, dass es einfach schon vollkommen egal ist, finde ich super. Das machen wir immer so. Wann wird das Spiel des Jahres bekannt gegeben? Also, äh, 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 deutscher Spielepreis. Jetzt habe ich es. Wann wird der deutsche Spielepreis bekannt gegeben? Ja, alle, die zuhören, können es nachgoogeln. Gut, dann machen wir auch noch was zu. Wird eine Überraschung. Vielleicht ist es ja ganz clever, dass wir jetzt der Podcast sind, der bei den Jurymitgliedern nochmal im Hinterkopf ist und das gleiche gilt dann natürlich auch für den deutschen Spielepreis. Alle, die noch nicht abgestimmt haben, stimmen dann so ab, wie wir es wollen. Sehr gut. Okay. Ihr müsst, ihr müsstet jetzt sehen, wie Johannes guckt. Er macht so einen, so einen hypnotisierenden, ähm, Weißt du, wie die Schlange beim Dschungelbuch, oder was? Ja, da habe ich auch gerade dran gedacht. Ich habe auch, ja. Ich musste natürlich jetzt direkt an Futurama denken mit Hypnokröte. Übrigens, es wurde eine neue Futurama-Staffel angekündigt. Wie geil ist das denn, bitteschön? So. Ja. Und das ist jetzt der Rauschmeißer. Wir schweifen nicht ab. Ja, wir freuen uns. Wann kommt mein cooles Futurama-Spiel? Gab's das schon? Das werde ich gleich erst mal nachgucken. Wie heißt das eigentlich? Googeln? Also, Boardgame-Geeken? Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Es war ein Traum mit euch und auch, dass ihr zugehört habt. Ciao. Gute Nacht. Vielen Dank, dass du den Brettspiel-News-Podcast gehört hast. Folg uns gern auf Facebook, Instagram und oder Twitter. Wenn du dich mit anderen Spielebegeisterten austauschen möchtest, schau auch auf unserem Discord-Server vorbei. Wir würden uns natürlich auch sehr über eine positive Bewertung bei Apple Podcast und Spotify freuen und auch gerne auf Feedback bezüglich unserer Folgen und oder Wünsche, was Gästinnen und Gäste angeht.